Podcast Folge 3 startet in 3, 2, 1, quasi jetzt. Oh, ich hatte schon viel früher offen. Ich habe halt genau in dem Moment abgedrückt. Ja, hi, na Alex, was geht? Soweit gut, bei mir auch, bei dir. Ich bin noch ein bisschen, pass auf, ich trinke jetzt einen Schluck. Ah, jetzt kommt wieder so ein Getränk, so ein spezielles. Ja, aber ich zeige es nicht. Pass auf, ich habe ja heute gelernt, Marken darf man ja gar nicht zeigen. Warum nicht? Das könnte ja sonst einen werbenden Effekt haben. Aber das ist heute gar nicht unser Thema. Willst du uns verraten, was heute unser Thema ist? Gut, 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 umgeleitet, Alex. Ja, ich würde sehr gerne euch sagen, was unser Thema ist. Denn der Alex und ich haben uns letzte Woche so eine witzige Challenge auferlegt. Ich weiß gar nicht, wo die Idee herkam. Ich glaube, irgendjemand aus dem Chat hat er das vorgeschlagen. Äh, wir haben uns beide ein Budget von 5000 Euro gegeben und müssen von null ein Streaming-Setup bauen. Also quasi haben wir einen Schreibtisch und einen Stuhl und den Rest müssen wir jetzt alles kaufen und dafür haben wir 5000 Euro. Der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich denken, oh fuck, das ist aber richtig viel Kohle. Easy Snack. So, jetzt muss ich dich aber gleich mal fragen, was für ein Easy Snack war es denn? Können wir noch eben kurz weiter ausholen? Ja, bitte, hol aus. Keine gebrauchten Teile, nichts bei Rebuy, nur offizielle Angebote, also nicht irgendwie, ich hab da was für bei Ebay geschossen, bei einem Händler für einen Euro oder sowas. Nur, also nur aktuelle Angebote heißt auch nicht, ja, ich hab eine Grafikkarte bei Ebay auf der Webseite geschossen, äh, bei Nvidia oder bei AMD auf der Webseite geschossen. Und der, der, das Augenmerk liegt da drauf, das bestmögliche Setup zu haben, das heißt, das bestmögliche Qualität am Ende rauskommt. Also nicht irgendwie, ich kaufe mir einen PC, scheißegal, was der kostet und ich hänge halt 10,20 Euro dran, ja? Ja. Richtig? Ja. Oder ansonsten, wie du gesagt hast, wir haben einen Tisch und einen Stuhl und ansonsten nichts. So, ich bin aber, also ich hab noch eine Schippe oben drauf gelegt. Natürlich, war mir klar. Ja, ich hab nur von meinen Partnern Hardware genommen. Äh, ja, da rede ich, da spreche ich gleich drüber. Da, da, da spreche ich gleich drüber, wenn ich dir mein, wenn ich dir mein Setup zeige. Wie schwer war's denn für dich? Ähm, ich hab das, ehrlich gesagt, ich bin sehr verkopft an die Sache rangegangen, das war das Problem. Und, äh, deshalb hab ich auch sehr, sehr lange dafür gebraucht. Also ich habe, ähm, gestern alleine nochmal drei Stunden da reingesteckt und davor auch schon mal so zwei. Also ich hab locker vier, fünf Stunden Zeit da reingesteckt. Kein Scheiß, weil ich hab halt so verschiedene Sachen durchgespielt und bin dann immer wieder auf den Schluss gekommen, nee, das passt halt nicht. Weil du bist da nicht, du hast zwar eine gute Qualität, aber du bist nicht erweiterungsfähig. Oder du bist auch, also irgendwas hat, irgendwas hat mich immer gestört. Und du wirst dich gleich wundern. Bei manchen Teilen, die sind halt wirklich Budget. Und andere, also ich, ich kann ja schon mal einen Tipp, also eine Kleinigkeit sagen. Was hast du, was benutzt du, um deine Kamera aufzustellen oder zu hängen? Wollen wir das jetzt schon verraten? Okay, dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Also ich hab wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, Budget war tight, aber ich hab schon was sehr Gutes hingestellt. Ich hab an einer Stelle, hab ich richtig gespart, ganz am Ende. Äh, da hab ich wirklich sehr auf die Sparbremse gedrückt. Aber, ich glaub ich hab alles drinne. So, jetzt frage ich dich aber noch, Alex. Hast du an Kabel gedacht? Ich hab, äh, soweit ich denke, an alle Kabel gedacht, ja. Okay, großartig. Weil ich hab gedacht, da krieg ich dich kalt. Hast du auch an Maus und Tastatur gedacht? Maus, Tastatur, ähm, Kopfhörer. Ja, hab ich. Oh, nein! Bam, 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 bam! Hast du Kopfhörer vergessen? Ja! Nein! Okay, pass auf. Ich hab Netzwerkkabel nicht dabei. Oh, die hab ich auch nicht dabei. Ja, aber ich hab noch 15 Euro Budget, äh, übrig. Du hast ja auch noch irgendwie... 30! Gut, für 30 kriegst du ja einen Kopfhörer, ne? Nee, das Ding ist, ich brauch nur Kopfhörer. Also, für 30 krieg ich Kopfhörer und Netzwerkkabel. 100 pro. Ja, also, 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 mir ist das gerade aufgefallen, beim, 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 nochmal, ich bin das gestern so oft durchgegangen und es hat alles Sinn ergeben und jetzt denke ich gerade so, ja, Internetanschluss haben wir ja gesagt, müssen wir nicht berechnen, aber wie kommt denn, wie kriegt denn der Computer Zugang zum Computer oder so? Ja, okay, komm. Ähm, ja, ach so, das meinst du, ja. Ja, okay, also, krieg, äh, ich sag mal, für 30 Euro krieg ich, krieg ich Kopfhörer und, äh, Netzwerkkabel. Okay, ich erzähl dir eben kurz was. Ähm, ich hab natürlich im Street, äh, in, die letzte Woche so ein bisschen immer, versucht ein bisschen Werbung zu machen für das, für das, für das Projekt und für auch Hardcast und auch für das Hardcast-Setup, ähm, den Hashtag. Ja. Und, ähm, man hat mich immer versucht, in dieses Gespräch zu verwickeln, so, ja, 5000, Christian, Mörder, PC, Digga, macht dir keine Gedanken. Und dann hab ich immer gesagt, ich red nicht mit euch darüber, ich will hier weder irgendwie mit, mit dem Chat das zusammen machen, das, dafür ist jetzt diese Folge hier. Und ich will aber auch nicht irgendwie, ähm, also ich wollt nicht verraten, was ich so mache, in welche Richtung es so geht, weil ich ja schon ein paar Ideen dazu hatte. Und dann hab ich das mal so im Kopf überschlagen und ich dachte so, ach du Scheiße, größte Problem, Grafikkarte. Müssen wir nicht drüber reden, größte Problem, Grafikkarte. Wo kriegst du eine, zwei, however, wie du encoden möchtest, wie kriegst du das hin? Weil du hast halt nur in Anführungszeichen 5000 Euro, ne? Also nicht falsch verstehen. Ja, du kannst auch ein 600-Euro-Laptop nehmen, steckst dir die restliche Kohle halt irgendwie ein und sagst so, ich stream halt über den Laptop und das ist halt meine Qualität. Und das ist auch cool, es ist auch heute wieder kein, ihr müsst dieses Zeug kaufen, ähm, ansonsten habt ihr keine Daseinsberechnung, sondern das ist nur ein, das wäre jetzt eine Vorstellung von uns oder von mir, von dir, ähm, das hier wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um wirklich ausbaufähig zu sein, eine super Qualität zu haben, keine Einschränkungen zu haben, ähm, für die man allerdings dann auch 5000 Euro braucht. Und ich hab auch an vielen Ecken gespart, bei denen ich später noch ein bisschen was dazu sagen möchte. Fuck. Aber ich hab, mir ist schon die erste Stelle eingefallen, wo ich das Headset wieder rauskriegen würde, by the way. Nur mal so am Rande. Easy Game. Also, hör ich. Ich, gestern so, ich hab das in einem, äh, ich hab das in einem Google-Doc gemacht und hab dann mir die Preise alle immer so reingeballert und alles reingeschrieben so, wie ich das halt auch in meiner Hardwareliste so mache und hab immer oben hingeschrieben und ich denk so, fuck, da steht 6.500, fuck, da steht 7.000, ah, wo kannst du mal einsparen? Und irgendwann fehlten halt noch 100 Euro und dann dachte ich so, hm. Oh nee, du warst ja wieder so schlau. Ich hab mir halt bloß blöde Screenshots gemacht und im Taschenrechner das eingegeben. Ich hab sogar Links zu den entsprechenden Produkten, dass man mir nicht vorhalten kann, das wäre Fake. Ja, ich hab die Screenshot aus dem Laden halt gemacht, so. Ja, ist völlig okay. Ich werd dir das nicht vorhalten. Das ist okay. Ja, gut, falls wir das nochmal machen, okay, vielleicht sollten wir uns über so eine Regel dann nochmal unterhalten. Ja, aber ich mein, es geht ja auch ums Grundprinzip, ne? Natürlich haben wir bei Hardware auch eine gewisse Fluktuation an Preisen, manche Sachen haben sogar Tagespreise, manche Angebote stehen auch nur kurz zur Verfügung, ähm, auch bei mir sind hier bestimmt zwei, drei Sachen dabei, worüber man sprechen kann. Es wird 100 pro dazu kommen, dass Leute bei dir, bei mir sagen werden, ja, das ist aber unnötig, ne? Aber wenn man sich das Gesamtbild anschaut und den Hinterkopf hat, es geht nicht darum, einen geilen Gaming-PC zu haben und der Rest ist egal, oder nur einen geilen Stream-PC, ich weiß nicht, ob du eine Ein- oder Zwei-PC-Lösung hast, husk, 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 husk. Nee, nee, alter, nee. Hast du nicht? Das gedankliche, nee, das ging gedanklich. Hast du nicht? Hast du eine Single-Lösung? Ja. Dann erklär ich, dann, ich hab ein Stream-PC. Du hast ein Streaming-PC? Capture Card, Stream-PC, zwei PC-Lösungen, ich baller dich so weg, was das angeht. Nee, glaub ich nicht. Das glaub ich auch nicht. Ich glaub, du hast da, ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, was du hast, aber wie sollen wir denn jetzt anfangen? Sollen wir einfach raushauen oder sollen wir erzählen, Erfahrungen austauschen, über unsere Gefühle sprechen, wie stellst du dir vor? Also ich, mein Gedanke war, wir stellen vielleicht erstmal den Computer vor, bevor wir zu den Einzelteilen gehen. Also ich hab ne, ich hab ne Screenshot-Liste, äh, also von der Hardware gemacht, weil ich halt, äh, ja, also wo der PC drin ist und dann, ähm, ja, würde ich da vielleicht durchgehen und dann unsere Gedankengänge. Also ich würde, ich würde ganz ehrlich sagen, wir teilen unsere Gedankengänge dazu, was wir uns bei den Computer-Teilen gedacht haben und, äh, dann unterhalten wir uns einfach mal. Ja. Du hast zwei Computer gebaut, ja? Ja. Alles klar. Ja, dann, äh, willst du vielleicht dein, 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 deine Sache zuerst darstellen, oder? Nein, weil ich, beim letzten Mal hab ich ja erst so lange gelabert und ich dachte mir, das wär ganz cool, wenn wir das so, wenn, wenn, wenn du jetzt mal, ich geb dir gerne den Vortritt, weil, also ich bin auch sehr interessiert, wie du das bei dir aufgebaut hast. Ich mach jetzt auch deinen Stream nochmal auf, damit ich deine Screenshots sehe. Ja, dann mach ich das nachher bei dir auch so auf. Das ist eine gute Idee, Alex, weil das mit dem Screenshare, äh, das, äh, das, äh, das war, das war, also. Das können wir aber machen, ne? Also. Theoretisch schon, aber so haben wir, so können Leute, wissen sie, wo sie hinklicken müssen, damit sie mal ein Follow dalassen später. Ich mach deinen Stream mal auf jetzt hier. Cool, ich hab dich bei, äh, Google gefunden. Stark. Okay, so. Ja, dann, äh, geh ich mal rein. So, ich, ich geh meinen ganzen Rechner durch erstmal, ja? Mhm. Und die Gedankengänge dazu. Mhm. Okay. Also. Aber, aber, zeigst du jetzt sofort, oder? Ja, ich hab, also ich hab die, die ersten vier Komponenten mach ich jetzt auf. Okay. Okay. Alles klar. Das ist auf jeden Fall erstmal schon mal nicht mittig. Was ist denn das hier schon wieder für eine Vorbereitung, sag mal? Also wirklich jetzt, Nils. Ach so, ja, loll, warte, kein Problem. Ja, und jetzt bin ich da unten noch bei dir im Weg, ne? Nee, das ist nicht so schlimm. Nee, nee, nee. Ja, also wenn ihr nicht wisst, worüber wir gerade so ein bisschen reden, ähm, wir haben ja einen Squad-Stream offen, das heißt, die können beide Streams gleichzeitig gucken, oder ihr guckt jetzt besser mehr bei Dizzy, bei Nils rein, ähm, dann, dann macht das ein bisschen mehr Sinn, worüber wir jetzt gerade sprechen und nachher vielleicht bald andersrum. Ja, genau. Also, ich hab erstmal gedacht, CPU, weil ich bin ja ganz großer CPU-Fan, da bin ich gleich voll rein in die Orgel. Bin ich gleich rein, hab gleich 600 Euro Budget in die CPU reingeknallt, 5900X, easy, weil, äh, kannst du, äh, kannst du von Stream und auch zocken gleichzeitig und, äh, kriegst auf jeden Fall auf Reihe als, als Herzstück für das Ganze und, äh, da waren die 600 Euro, die mussten da rein. Also, da gab's gar keine Diskussion, äh, ob das, äh, ob das nun so ist oder nicht. Ähm, das Mainboard, äh, von Aurus habe ich persönlich genommen, weil ich davon zwei Stück hier verbaut habe und die sehr, äh, wie sagt man, äh, Reliability, äh, auf die kann man sich verlassen, also ich hab damit noch gar keine Probleme gehabt, die kannst du bist unter die Dachlatten, äh, kannst du die, äh, ja, vollzimmern mit allmöglichem Scheiß, ohne dass da großartig Probleme entstehen. Ähm, bei der, äh, ja gut, da, da sind da, wie gesagt, jetzt kommt der erste, äh, Clou an der Sache, ich hab mich nur an meine Partner gehalten. Also ich hätte auch viel günstiger gehen können woanders, ich hätte mir, äh, zum Beispiel einen Dark Rock holen können von Be Quiet und wäre, hätte noch, weiß ich nicht, 60, 70 Euro mehr übrig gehabt, aber ich hab mich selber, ähm, ich hab mich selber daran limitiert zu sagen, äh, ich kaufe bei Alternate ein, ich kaufe Elgato-Produkte und ich kaufe Corsair-Produkte, so. Äh, hab mir dann dementsprechend die, äh, die IQ 115i geholt, äh, die hab ich selber auch hier drinnen verbaut in meinem, äh, in meinem Racing-Rechner und die ist sehr, sehr gut, die macht ihre Aufgabe und, äh, ich hab mir ein 3600er, äh, 32 Gigabyte Kit gekauft, DDR4, weil die vom Board unterstützt wird und du da volle Olga rin gehen kannst, war auch ein bisschen mehr Geld, hätte man eventuell auch noch ein bisschen was, äh, sparen können, aber hab ich mal ins Budget reingetackert. So, jetzt kommen wir ja zu der wichtigsten Frage von allen, na Nils, was hast du für ne Grafikkarte gekauft und jetzt kommt der, äh, kann ich noch eine Anmerkung machen? Ja, klar. Also den 5900X hab ich auch, in einem Rechner. Okay. Ähm, bei deinem Mainboard hast du das, äh, den Chipsatz, den 570er Chipsatz genommen, kann ich nachvollziehen, weil du ja anscheinend nur einen PC hast, richtig? Ja. Mhm, bei, bei zwei, da hätte man auf jeden Fall viel sparen können, wenn man halt einen kleineren Chipsatz genommen hätte, weil wir reden hier alleine über 274 Euro nur für dieses Mainboard. Unabhängig jetzt vom Preisvergleich noch ein bisschen was sparen oder so, das ist scheißegal, ne? Ähm, Kompaktwasserkühlung, ja, verstehe ich, ähm, aber gerade auch mit, mit Luftkühlung bist du, also, ja, mit einem guten, wie du schon gesagt hast, ein Darkrock oder was Vergleichbares, wenn du jetzt unbedingt in die Richtung der Partner gehst, verstehe ich das, keine, keine Frage, aber da wären locker nochmal die Hälfte drin gewesen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, schon cool, schon cool, aber gefällt mir, bitte, bitte, was für eine Grafikkarte? Also, möchte ich übrigens auch, äh, äh, Alex an der Stelle beipflichten, dass man bei Mainboard, äh, noch sparen könnte, auf jeden Fall, also, da kannst du locker nochmal, wenn, also 120, 130 Euro kannst du noch rausholen aus der ganzen Nummer und, äh, also hier auf der Seite, wenn wir uns, wenn ich mich jetzt dazu nicht limitiere, könnten wir da bestimmt noch 200, 300 Euro rausholen, wenn nicht sogar noch mehr. Wahrscheinlich, ja. Ja, also der Vorteil von dem beispielsweise X570 zu dem, zu dem 550 besteht ja eigentlich nur durch, wie du beim letzten Mal auch so drauf bestanden hast, mehr PCI-Express-Lanes und die brauchen wir jetzt so gesehen nicht so sehr, weil die Vorteile, die wir, ähm, später davon kriegen, wenn, wenn halt, wenn halt NVMe's mehr angesteuert werden können und schneller angesteuert werden können und auch, ähm, Spiele sowas wie Direct Storage und das Deutschen, dann braucht man das wahrscheinlich eher, aber jetzt gerade momentan hat man da wirklich noch kaum Vorteile, ne? Also ich bin auch bei meinem eigenen System wieder die Stufe runtergegangen, nicht auf, äh, 75, sondern bei 550, aber, äh, das nur mal so am Rande. Deshalb sind wir ja hier, bisschen klugscheißen, bisschen reinquatschen. Bei mir geht's, also bei mir geht's aber auch oft darum, dass ich, äh, gerade Sachen kaufe, wo ich weiß, auf die kann ich mich verlassen. Also das hier, also der Pick, äh, der Pick war für mich auf jeden Fall zu sagen, okay, die Dinger hab ich jetzt ein halbes Jahr, die laufen stabil, da war noch kein Gezeder, kein Gemohre dran, alles drin geschmissen, eingestellt, fertig. Und das ist für mich immer super, super wichtig. Äh, das können andere Mainboards auch und das können auch günstigere Mainboards auch, nur, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, so. Und, äh, da geht's auch an der Stelle für mich immer darum, so picke ich halt auch meine Sachen. Äh, die Timings vom, vom RAM, by the way, äh, sind auch nicht die besten, muss ich dazu sagen. Aber, äh, ich habe, äh, dort ein bisschen, äh, Geld gespart hinten raus, weil ich mir einfach gedacht habe, ich möchte lieber, äh, 32 GB im RAM, äh, RAM haben, aufgrund von Browser-Sources, ob's Alerts sind und den ganzen Kokolores, äh, und dein, dein Rechner genug, äh, Spiel nach oben hat. Äh, und deswegen bin ich dort auch, äh, auf einen etwas schlechteren RAM gegangen, bin auf die 3600 gegangen mit 32 GB Arbeitsplächer. Kann man auch ein bisschen was noch machen und hätte man jetzt zum Beispiel beim Mainboard oder bei der, äh, äh, bei der Kompaktkühlung, äh, was, also, ne, warte mal, AIO, hätte man was sparen können und das in den RAM reinstecken können, um da auch nochmal Verbesserungen, äh, an der Stelle vorzuschlagen. So, jetzt muss ich selber kurz mal gucken, äh, in welche Richtung ich, äh, tappen muss, damit ich das Richtige finde. Moment, ich muss kurz verstecken. Ah, siehste? Aha! Aha! So. Los geht's, meine Damen und Herren. Grafikkarte. Was denkst du, was hab ich drinne? Also, da die Grafikkartensituation ja gerade wirklich unterirdisch ist, wenn du jetzt nicht gerade wirklich dick ausgeteilt hast, hast du wahrscheinlich eine 3070 drin. Ja, auf jeden Fall haben wir schon mal keine, äh, NVIDIA-Karte drin, sondern eine AMD-Karte und das ist eine 6700 XT. Ah, okay, 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 alles klar. Ja. Aber auch nur, pass auf, der Pick ist aber auch nur so entstanden, weil alle anderen nicht da wären. Weil sonst, also, ich wollte mir eine 6800 XT reinstecken, wollte ich und hätte ich auch hingekriegt, aber sie war einfach nicht lieferbar. Und ich wollte, also, ich hab mir selber dann auch an der Stelle noch so, na, nicht limitiert, aber ich habe gesagt, es muss jetzt aktuell kaufbar sein. Ja, das war ja auch die Voraussetzung. Ja. Das heißt also, du encodest über die CPU. Genau, ja. Das war auf jeden Fall, äh, das war auf jeden Fall mir wichtig. Und dann, äh, bin ich auf eine WD Black gegangen, SN850 mit einem Terabyte, kriegt man auch günstiger, muss ich aber auch hier wieder, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich hab die, äh, zwei Dinger drinne. Und, äh, für mich ist das, äh, an der Stelle auch, äh, sehr, sehr wichtig, da ich davon auch drei Stück verbaut habe und die ganze, äh, Geschichte über PCI Express 4 vernünftig läuft, hab ich mir auch eine Wester Digital Black reingesteckt. Ich möchte dazu extra immer noch mal sagen, äh, bevor mir das jemand, äh, vorhält, ich bin von Alternate gesponsort, von Elgato und von, äh, Corsair. Ich dürfte auch andere Produkte wählen, also diese Option hätte ich und das ist auch ganz klar so definiert, aber ich bin mit den Sachen so zufrieden, dass ich auch picke und so auch mein Budget aufbaue, weil sonst kann ich mir mein Sponsoring auch, äh, einfach durch den Arsch ziehen, wenn ich nicht zu den Produkten stehe. So. Ergo, deswegen sind die Picks da auch drinne und, äh, da kann jeder für sich selber picken, was er möchte, aber das ist für mich sehr, sehr wichtig und, äh, da lege ich auch Wert drauf. So. Und all die Sachen, die ich jetzt hier verbaue, verbaue ich selber auch in meiner Hardware. Nichtsdestotrotz. Kurze Frage. Ja. 850 Watt Netzteil, brauchst du das bei der 6700 XT in Kombination zu dem 5500? Ja, okay, okay, okay. Entschuldigung, ich war zu feuerlich. Nee, ist alles gut. Nee, aber ich hab's reingebaut, falls potenziell man dieses Stück Hardware noch upgraden möchte. Ja, alles klar. Einfach nur, um schon Luft zu haben, äh, ist da noch ein bisschen was drauf. Und für mich ist es halt auch an der Stelle, äh, immer so, und das ist auch meine Grundregel, äh, im Kopf, äh, lieber ein bisschen mehr und das Netzteil, naja, das Netzteil nicht schonen, aber, äh, das Netzteil nicht ganz so viel, äh, Last drauf zu haben, weil die ganzen Buden, wissen wir ja alle, die laufen dann halt auch ein bisschen ruhiger, dann hast du nicht so viel Remy-Demy da drinne, deswegen geh ich meistens eigentlich nochmal 50 bis 100 Watt mehr. An der Stelle. Ähm, das Corsair, äh, Gehäuse hab ich mir rausgenommen, weil ich das auch da hinten stehen habe und damit sehr zufrieden bin. Ist auch sehr teuer. Wer mich selber kennt, weiß, ich hab früher so 30 Euro Gehäuse gehabt. Wer nicht. Wer nicht, genau. Aber auch an der Stelle hab ich mir gedacht, naja, wenn man schon ein Computer hat, könnte er ja wenigstens einigermaßen gut aussehen. Deswegen hab ich mir das, äh, Obsidian 500D geholt, was ich halt, äh, auch da drüben schon zu stehen habe. Man könnte meinen, das ist hier ein Sponsored Stream, by the way. Und, äh, das, äh, ist dann auch mein Computer. Ich glaube, jetzt, wenn wir weitergehen, werden wir schon andere Sachen sehen, die nicht mehr nur was mit Computer zu tun haben. Ich hab bei mir alles an einer großen, äh, Google-Docs-Liste und bei mir sieht man's auch vom ersten Schlag sofort, was ich insgesamt hab. Ich kann dir das jetzt nicht so einzeln zeigen. Ach so, ja, dann können wir das ganze Ding ja durchgehen. Ja, genau, genau. Okay, dann muss ich jetzt aber trotzdem noch mal einmal kurz gucken, warte, was jetzt als nächstes kommt. Okay, ja, können wir es safe machen. Ja, ich greife aber trotzdem mal eben kurz ein. Also, was ich jetzt hier gerade bei dir sehe, das ist ein sehr, sehr stabiles System, was man sich wahrscheinlich auch ohne mit der Wimper zu zucken so direkt nicht nur zum Streamen, sondern für, für in dem oberen Beende, ähm, des Gamings halt irgendwie holt. Ja, Grafikkarte ist gerade ein Problem. Lieferzeiten, Verfügbarkeit, äh, Preise natürlich, ne? Also, wenn man sich das anschaut, du bezahlst für gebrauchte alte Grafikkarten schon mal gerne vier, äh, schon mal ein Tausender, ohne mit der Wimper zu zucken. Und, äh, wenn du jetzt ein aktuelles System haben willst, was ja, ne, wir wollen ja nur Neuteile haben, dann schlackerst du mit den Ohren, ne? Also, die, die, äh, 3090, die wird also, äh, auch problemlos mal für 3000 plus, äh, verkauft. Die, äh, 3080, so um die 2000 roundabout, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und, ähm, ja, das sieht auch nicht so aus, als ob das in nächster Zeit besser wird, ne? Also, ich hab gestern auch wieder ein sehr interessantes Video zu dem Thema gesehen, dass ja die Gaming-Industrie sozusagen eine der kleinsten Industrien dran ist, die diese Waiver-Produktion, äh, auch benötigt, ne? Ja. Und dass, 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 dass die komplette Autoindustrie da hinterherhängt und auch andere, äh, äh, Industrien, die diese Chips brauchen. Also, da muss man jetzt einen sehr langen Atem haben oder halt auch viel Schwein, ne? Viel Glück haben, dass man bei so einem Drop auf Notebooks billiger oder bei, ähm, ähm, AMD auf der Webseite sowas direkt abgreifen kann. Na, unabhängig davon. So, und unabhängig von deinem Sponsoring, was hast du da? Warte, ich muss, ich such grad meine Maus. Okay, ich hab sie gefunden. Ich muss dich hier wieder, ich muss dich hier wieder zurückschieben, weil ich seh dich gerade wieder nicht und ich stell die ganze Zeit fest. Ich red mit dir, guck immer nach da, Verzeihung, Entschuldigung, Entschuldigung, Chat. Das ist klar, ich hab dir aber zugehört. So, jetzt ist alles richtig, gut. Unabhängig von deinen, von deinen Sponsoring, ich versteh das. Ich hab, äh, ich hab, werd dazu gleich bei mir auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ja. Ähm, unabhängig davon find ich deine Hardware erst mal sehr interessant. Also, sehr interessant im Sinne von, ja, du hast bei vielen Sachen gesagt, da kann man eine Menge Kohle sparen, aber das sind die Sachen, die du kennst. Und ich hab das nicht so gemacht. Ich geh sogar einen Schritt weiter, dass ich eine Sache, ähm, ausgesucht habe, von der ich nicht 1000% sagen kann, dass es wirklich funktioniert. Siehst du, sowas mach ich nicht. Nein, 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 pass auf, pass auf. Ich weiß, dass es geht. Und du wirst auch gleich sagen, du hast sie nicht mehr alle, aber anders. Okay, ich bin gespannt. Ja, ja. Okay, was hast du weiter? Okay, wir gehen natürlich in den Warenkorb von Alternate weiter, bis wir dann zu den anderen Stores kommen, wo wir eingekauft haben. Das nächste wäre ein Cam-Link für die Kamera, weil ich natürlich, für mich ist das wichtig, als alter Nerd, ich will da kein USB-Shit ranhauen, also kameratechnisch, deswegen hab ich mir ein Cam-Link gegönnt. Und nein, nicht die 3 Euro Alibaba-Lösung, weil Cam-Link, ähm, also der Cam-Link, meine ganzen Cam-Links funktionieren einwandfrei, hab ich mir gleich mitgenommen, weiß ich, dass das geht. Ich hätte natürlich gerne noch was anderes gekauft, aber das hätte den Rahmen absolut gesprengt. Aber hast du auch jetzt eine USB-Lösung, der Cam-Link 4K? Ja, hab ich. Aber nicht USB, ich meinte USB-Webcam. Ach so, Entschuldigung, ja, das hab ich falsch verstanden, mein Fehler, mein Fehler. Genau. Also, ich hab keinen USB-Grabber, ne? Hast du nicht? Nein. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Ich hab mir noch ein Keylight, ja, mach du. Ja, Entschuldigung, wir hatten ja, wir hatten ja 5000 Euro als Budget, ne? In meinem Kopf hab ich jetzt gerade schon gedacht, hab ich mich da vertan? Waren das weniger? Ja, bitte. Ja, ich hab halt, also ich hab an jeder Stelle vernünftig investiert, sagen wir es mal so. Also, ich hab nirgendwo was ausgelassen, außer eine einzige Stelle, aber zu der kommen wir gleich. Ähm, ich hab mir ein Keylight gekauft. An der Stelle muss ich dazu sagen, und das möchte ich explizit nochmal betonen, das kann man auch günstiger kaufen und sehr viel Geld sparen. Ich bin aber bei meinen Sponsoren geblieben, weil ich davon überzeugt bin, dass das funktioniert. Man kann sich auch bei Amazon für, weiß der Geier wie viel Geld, einfach eine Softbox holen für 20 Euro, die tut ihren Dienst auch. Hatten wir auch alles schon. Geht. Ich persönlich kaufe mir das, weil ich A, erstmal den smarten Shit damit geil finde, dass ich das über Knopf an- und ausmachen kann, und weil ich das Licht bis dato, ist einfach eins der schönsten Lichter, die ich so in meinem Gesicht hatte. Dazu hab ich mir noch eine Corsia-Maus und Tastatur gekauft, logischerweise. Also, ne, sind auch Sachen, die ich hier zu Hause habe, damit bin ich zufrieden. Hält auf Dauer, kannst du mir zocken, kannst den ganzen Office-Kram, kannst du auch damit machen. Also, da hätte man auch an der Stelle noch sehr viel Geld sparen können. Also, was heißt sehr viel? Man hätte sparen können, aber wie gesagt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So. Dann, und hier, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir ganz am Ende eingefallen ist, fuck my life, ich brauch ja auch noch Monitore. Und ich hatte ohne Scheiß am Ende, als ich das gemacht habe, ich hab alles drin gehabt im Warenkorb, und dann ist mir aufgefallen, ich hatte keine Monitore mehr, und ich hatte 360 Euro übrig. 360 Euro. Und lass mich raten, dann setzt so dieser Gedanke ein, ja, wir wollen ja den bestmöglichen Stream haben, also kaufe ich mir keinen 600 Euro Monitor, den ich sonst eher für mein Setup wahrscheinlich andenken würde, wenn ich auf Sachen Wert lege wie G-Sync oder G-Sync-Kompatibilität oder besonders groß, besonders, keine Ahnung, 240 Hertz oder sowas, dann fährt man das runter. Das hab ich bei mir auch gemacht. Aber? Ja. Mach du. Weil die Zielsetzung war ja, wir möchten den bestmöglichen Stream und möglichst wenig Kompromissen. Ja. Aber, es ist AMD Freezing drin. Das musste ich mir doch, das musste ich mir auf jeden Fall gönnen. Das musste der erste, das musste der Monitor von Iyama, musste das können. Der ist jetzt kein 144 Hertz Monitor, hat 75 Hertz. Ich hab auch schon einen davon in der Hand gehabt und hab den mal für ein bisschen was benutzt. Da bin ich den auf 189 Euro gekommen. Und dann ging's los. Fuck, ich brauch ja auch noch einen zweiten. So. Da hab ich mir den Gütz. Und hier könnte man ja fummeln. Man könnte ja machen, okay, Remote Desktop oder keine Ahnung so, ne? Irgendwie da drauf. Aber ich hab auch zwei Monitore und ich hatte genau das. Ich stand vor dem ähnlichen Problem. Ja, ich musste da, ich war dann am Ende, also das sind übrigens dann die ganzen Zahlen, die von oben, die man jetzt runtersetzen könnte, könnte man dann hier wieder reinstecken, by the way. Aber, äh, an der Stelle hab ich mich dann dazu entstossen, ich guck mal, was bei 27 Zoll los ist, ob ich irgendwo einen zweiten kriegen kann. Und ich war ohne Scheiß, ich war 5 Euro über Budget. Und ich hab, ich wollte mir das nicht nehmen lassen, wie in den YouTube Videos, die man so kennt und sagen, ja Jim, also ich war 5 Euro drüber, aber ich hab alles. Verstehe ich, ja. Deswegen bin ich bei 27 Zoll drin geblieben, hab geguckt, der günstigste, den ich gefunden habe, war 5 Euro über Budget und dann hab ich mir gesagt, weißt du was, man wird nicht sterben, man kann immer noch upgraden, nimmst du 24 Zoll, das günstigste, was du kriegst, Panel ist scheißegal, weil spielt eh keine Rolle, nur, dass du den daneben stellen kannst. So hab ich mir ein 24 Zoll Handspray rausgesucht. Mein zweitmonitor gewinnt auch keine Schulternspreise und auch nicht in Sachen Performance, das ist halt ein Office-Monitor. Ja. So 24 Zoll Geräte, 1080p dann wahrscheinlich halt auch, die fangen mittlerweile wirklich bei 100 Euro neu mit Garantie vom Hersteller und so weiter halt an. Das ist crazy. Also das vor ein paar Jahren zurück, fast undenkbar, ne? Ja. Richtig heftig. Also ich hab auch meine drei BenQ, die gab's früher auch für 100 Euro, 27 Zoll Full HD. Früher. Heute nicht mehr. Also, das ist auch, das versuche ich auch Menschen immer, die, es gibt ja draußen, da draußen Menschen, die haben so einen Tick, die Monitor müssen alle gleich sein. Ja, ich weiß nicht, wen du da meinen könntest. Du auch? Also, sagen wir mal so, mein Monitor in der Mitte, also mein Main Monitor, der hat mittlerweile einen Pixelfelder im sichtbaren Bereich, das ist ein 165 Hertz Gerät von Asus. Das ist über ein Sponsoring von vor fünf Jahren oder sowas mal gekommen. Tolles Teil, keine Frage, aber das ist natürlich ein bisschen outdated. Den würde ich jetzt nicht auswechseln, nur wegen dem kleinen Pixelfelder und ein paar Kleinigkeiten, aber die beiden Monitore links und rechts, die habe ich letztens jetzt mal ausgewechselt, gegen zwei gleiche. Das sind relativ flanke Geräte, würde ich sagen, mit so einem sehr schmalen Rahmen außen und rum. Die haben auch nicht die Welt gekostet, damit ich alles gleich habe. Weil ich hatte das Problem vorher, das ein Monitor war ein 4K-Gerät, der andere kam halt mit den Herzzahlen nicht so richtig mit hoch und wenn ich dann mal so ein Fenster von ganz links nach ganz rechts gezogen habe, ich weiß, Luxusproblem, dann schaltete spätestens ab dem 4K-Monitor das immer mal so ein bisschen hin und her und das ist ein Luxusproblem, aber die Monitore habe ich mir nicht einfach gekauft, um die anderen wegzuschmeißen, die anderen nutze ich natürlich für ein anderes Projekt weiter, ist klar. Hier ist auch alles in Benutzung bei mir. Ja, aber ich finde das schön, also ich finde das sehr ausgewogen, wenn alles eine schöne Front hat und wenn alles so symmetrisch ist, das sieht man mir nicht an, weil ich auch immer noch mit einem Kabelsalat kämpfe, aber die Hoffnung ist da. Ja, Symmetrie ist auf jeden Fall hier auch vorhanden. Außenrum sind alles dieselben, der in der Mitte ist ein anderer. Schön, okay, weiter geht's. Also wir sind jetzt hier bei dir schon bei 3.7 oder 18 Euro. Ja, da war dann da ging's dann los, da wurde's dann tight, aber... Warte, 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 du hast vorhin gesagt, Entschuldigung, du hast vorhin gesagt, du bist 5 Euro drüber? Nee, ich bin 30 Euro unter. Okay, weil ich sehe gerade, hier sind noch zuzüglich Versandkosten, also das ist jetzt noch, der Preis ist jetzt noch ohne Versandkosten, weil sonst... Das andere ist mit Versandkosten, also die habe ich schon mitgerechnet. So. Okay. Äh, als nächstes muss ich selber mal gucken, was jetzt kommt. Gar nichts? Moment. Was, warum hängt das? Moment, 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 was ist hier los? Achso, ich muss in die andere... Nee, ich muss in die andere Richtung. Okay. Also ich habe mir, ähm, dazu habe ich mir dann noch erstmal eine Kamera geholt. logischerweise ist Hony 5100, weil das spielt für mich eine Rolle, das ist für mich wichtig und ich habe mir auch den Elgato-Arm dazu geholt, weil ich den einfach geil finde. Weil du das Ding halt überall hinballern kannst. An der Stelle muss ich auch nochmal erwähnen, kann man auch wieder Geld sparen. Kannst dir wieder so eine DIY, äh, ich nenne das immer gerne, Ghetto-Lösung holen, äh, die du dir in eine Wand reinhämmern kannst. Ähm, und, äh, dort könntest du wahrscheinlich, habe ich auch alles Jahre, äh, davor gehabt, äh, kannst du bestimmt nochmal 40, 50 Euro kannst du noch sparen. Ey, hätte ich das gemacht, Jim, ne? Boah, mir fällt gerade auf, ich hätte so viel, so viel noch andere Sachen holen können, ey. Krass. Mhm. Das Schöne ist ja, wo du vorhin so oft die, die Partner erwähnt hast, ne? Das Schöne bei Elgato ist beispielsweise, das ist eine Fire-and-Forget-Lösung. Das ist total gut, weil du, du kaufst dir das, also, ob das ein Stream-Lag ist oder jetzt in diesem Fall dieser Flex-Arm oder, oder so ist, weißt du? Das funktioniert. Und ja, Elgato lässt sich diesen, das, diesen, diesen, diesen Service in Anführungszeichen halt natürlich auch bezahlen, keine Frage. Ähm, und es gibt für viele Sachen einfachere Lösungen, aber das hat alles seinen Preis, ne? Also es geht, also ich kann jetzt nur für den Flex-Arm zum Beispiel sprechen, das Ding ist halt einfach super. Ja. Und guck dich mal im Fotografie-Bereich um, was so ein Manfrotto-Arm kostet. Digga, der kostet 200 Euro und der, der hat keinen Knick oder so? Mhm. Das, der, der ist, also, schwierig, ne? Ja. So. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich gesagt hab, das brauch ich auch. Objektiv? Ne. Das reicht, da reicht das Standardobjektiv. Das reicht. Ja. Hab ich gesagt, okay, müssen wir nicht. Wollte ich erst machen, aber ich konnte mich nicht durchringen, also, ich konnte mich nicht durchringen, aber, ich hab mir noch Sound gekauft. Für 650 Euro musste ich mir noch Sound holen. und ich hab mir das, äh, ähm, Elektro Voice A 320 geholt, das hat ja, äh, Alex auch gerade. Das musste da rein, weil ich, ich hab, weil Sound ist super wichtig. Absolut, ja. Also Sound ist mit das Wichtigste, was es gibt und, äh, ich glaube, so auf Budget getrimmt, äh, haut das schon ganz gut hin. Ich hab mir ein schönes, äh, kleines Mackie, äh, Mischpult hab ich mir geholt, was ausreicht. Es hat, äh, zwei Steho-Kanäle und zwei Mikrofone. Dann hab ich die ganzen Kabel noch dazu gemacht und ich konnte mich nicht lumpen, äh, ich konnte mich nicht lumpen, ich musste mir auch einen Kompressor holen. Das war für mich super wichtig. Und dann bin ich bei einem Budget rausgekommen von 4.700 irgendwas. Da blieben dann 30 Euro. Ne, 4.900 irgendwas. Und dann bin ich bei am Ende gewesen. Und ich müsste jetzt noch zwei Netzwerke, ne, ein Netzwerkkabel müsste ich noch kaufen und Kopfhörer. Die hab ich vergessen. Also mir war gestern Nacht auch schon klar, äh, irgendwie irgendwas wird viel. Irgendwas, also, äh, schlag, ich schlag dich nicht. Aber das ist schon, okay, ja, es ist schon, es ist schon, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass du sogar noch den Kompressor dazu nimmst. Wirklich nicht. Ne, also da, also wirklich, das, das ist schon, der Basic-Stuff. Man könnte sogar, also wie gesagt, Leute, ich hab mich selber daran, äh, limitiert zu sagen, ich nehm meine Sponsoren. Ähm, also wenn wir vielleicht irgendwann das nochmal machen und wir sagen, wir verzichten darauf, dann geht da noch mehr rein. Also ich hab in meinem Kopf auch ne, äh, ne Situation durchgespielt, hier zwei Rechner zu haben und die hätte auch funktioniert, ähm, aber da wären Dinge drin gewesen, wo ich mir nicht so sicher bin, ob die gut performen. Also dann sind wir halt bei Mainboards, die ich noch nie angefasst habe. Ich weiß, das ist ein bisschen, äh, weird, wenn man das so, äh, erzählt, aber für mich ist das immer ein ganz, ganz großer Ausschlaggebender Punkt, dass ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann. Weil gerade, also wir kennen das alle, wir kaufen uns für drei Euro bei Alibaba ein USB-Gerät, äh, um ne Video, äh, ne Karte, äh, ne Kamera anzuschließen. Und, äh, das geht nicht, weil aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, äh, spinnt das Ding dann rum. Da hab ich halt gar keinen Bock drauf. Und das ist diese, also das, was jetzt hier, was ich mir ausgesucht hab, ist diese frustlos, Single-PC, anmachen, OBS an und Abfahrt. Ich war sehr sicher, dass du irgendwie ne Dual-PC-Lösung auf die Beine stellst. Sehr sicher sogar. Überrascht mich jetzt. Soll nicht abgehoben klingen, aber es überrascht mich total, wirklich. Ich hab, du, das Ding ist halt, ich hab den Mikrofonarm vergessen. Ich bin am Arsch, ich bin über Budget. Ich hab den Mikrofonarm vergessen. Gut, pass auf, pass auf, dann, dann, dann lassen wir den Mikrofonarm bei dir weg, du holst dir halt einfach so ne Tischklemme, dann musst du dich halt ein bisschen nach unten bücken, wenn du sprichst. So wie du? Die kostet, nö, mein Arm, es hängt hier so, also der kommt unter dem Monitor her. Ja, okay. Der, dann nimmst du eine Tischklemme, die kostet 12,99 meine ich, von K und K, irgendwas oder so und dann, und dann, dann bist du immer noch bei deinem, uns beiden fehlt das Netzwerkkabel und in deinem Fall noch das, das Headset. Ich hab ein paar Abstriche gemacht. Bist du fertig? Ich möchte mich übrigens, ich, weißt du, ich fühle mich gerade sehr ertappt dabei zu sagen, puh, ich hab was vergessen. Danke übrigens Hassel für den Hinweis. Ja, ich hab das Mikrofon, die Halterung hab ich vergessen. Mich würd's nicht wundern, wenn ich bei mir auch was vergessen hab. Ich reiß dir jetzt nicht den Kopf ab dafür, wirklich nicht. Aber ich wäre jetzt, also ich habe alles gewählt. Ich habe übrigens bei der Zusammenstellung, um auch, äh, dort fairer halber, äh, äh, auch mal eine Zeitangabe zu machen, weil das, Alex hat ja vorhin auch schon was gesagt dazu. Ähm, ich habe das hier in 45 Minuten zusammengeklickert, aber meine geistige Vorbereitung war vielleicht nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde so im Kopf Szenarien durchgehen, was man machen kann. Also ich habe am, am Ende zwischen anderthalb Stunde und eine Stunde 45 dafür gebraucht, dass wir, äh, zusammen situieren. Ja, ich bin da ein bisschen mehr Kopfmensch irgendwie. Ich weiß nicht, das rattert dann immer weiter und ich konnte da nicht so gut pennen dann die Nacht davor, aber das, es hat jetzt nichts damit zu tun. Ähm, Anmerkung aus meinem Chat, wir haben keine Steckdosenleiste. Ja, habe ich auch. Da kann man natürlich zu sagen, ähm, wenn du deinen Computer an der richtigen Stelle im Haushalt aufbaust und du brauchst, brauchst du drei, also, ne, für Computer und die Monitore, ja, Steckdosenleiste könnten, müsste man eigentlich fairerweise auch noch dazu machen. Gerade, weil wir wahrscheinlich beide noch Sachen mit Überspannungsstätten, Schutz und so einen Scheiß halt irgendwie haben, normalerweise, äh, habe ich bei mir aber auch nicht drin. Kann ich dir gleich schon mal sagen. Und was die Software angeht, ja, äh, die haben wir komplett rausgelassen, haben wir uns aber auch im Vorfeld nicht abgesprochen. Wir könnten jetzt eine 6 Euro, äh, Ebay-Windows-Lizenz dazunehmen, äh, oder halt auch nicht. Wir, wir entscheiden uns für, oder auch nicht, weil wir nehmen halt nur Hardware heute, ne? Das stimmt schon. Ja, dann können wir, denn nachher fehlt dann, Mauspad fehlt auch noch. Kannst du... Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Es wird fancy. Also, ja. Ich möchte das nochmal machen übrigens gerade. Ich hab so das Gefühl, ich möchte, ich möchte das nochmal machen. Du auch? Das, das, das Verrückte ist bei der ganzen Geschichte, du, du kannst, das geht so in, in so verschiedene Richtungen so. Und dir fällt bei jedem Teil irgendwie auf, ah, wenn ich hier was Günstigeres nehme, dann kann ich ja da mehr drauflegen. Und wir beide wissen, das Kit-Objektiv von der Kamera ist okay. Es ist wirklich okay, aber, aber mit einem 300 Euro Objektiv wird, wird das Bild halt nochmal so viel geiler. Ich hab aber auch kein Objektiv gekauft, weil mein Budget war natürlich super weg, ne? Also, es war super schmal. So, also, also mein Problem war, wie gesagt, dass ich halt mich dreimal im Kreis gedreht hab und hab versucht, da allem gerecht zu werden. Und deine Lösung ist jetzt eine Single-PC-Lösung, das heißt also, du bist limitiert in Bezug auf, wenn irgendwas hakt, musst du den PC neu starten. Also, ich sag jetzt mal so irgendwas wie ein Security-Update, was jetzt unbedingt rein muss oder irgendwie was klemmt, das kommt immer mal vor, ab und zu mal vor, dass mal irgendwas nicht richtig funktioniert an einem PC und dann startet man den eigentlich neu, weil der Stream-PC ja läuft, weißt du ja selber. Da muss man sich nicht drum kümmern und das kannst du jetzt bei dir nicht machen. Dein Vorteil ist, du könntest jetzt quasi theoretisch jedes, auch wenn du nicht drauf stehst, wireless-günstiges Gaming-Headset anschließen, ohne dass du irgendwie darauf achten musst. Du kannst alles, was bei Windows angemeldet ist, ohne Rücksicht auf Umleitung oder irgendwelches Routing oder sowas, kannst du halt direkt nutzen. Ja. Finde ich krass, finde ich krass. Aber du hast definitiv die bessere Audio-Lösung. Müssen wir gar nicht drüber reden. Also, meine Lösung ist etwas kompakter, aber kommen wir gleich zu. Boah, man, also jetzt mal wirklich ohne Scheiß, ne? Ich ticker das die ganze Zeit so durch den Kopf durch. Man hätte halt wirklich so, bestimmt noch 600, 700 Euro hätte man noch rausholen können. Und dann hättest du dir halt noch ein paar andere Sachen gönnen können. Ich bin für Folge 2 irgendwann mal. Okay. Ja, wir haben ja noch das eine oder andere vor vielleicht. Ich hab ja vielleicht auch noch ein paar Fragen und Tests zu NDI mal geplant. Das wäre mal kurz eine Zwischenfrage. Dein Racing Rig hattest du ja bei dem, das alte, das neue wahrscheinlich auch, keine Capture-Cards, um das Bild abzugreifen, sondern einfach nur eine NDI-Lösung. Genau. Wie stark sind die Netzwerkkarten, die du dafür hast, für eine Direktverbindung? Also er geht nicht über einen Switch oder Hub oder Router, sondern es läuft quasi nur ein Kabel von dem Racing Rig direkt zu dem Game-PC. Genau. Stream-PC, Entschuldigung. Stream-PC. Genau. Eine Netzwerkkarte pro und dann ein Kabel dazwischen. Und wie, ist das dann Gigabit oder ist das 2,5? Giga. Das reicht schon? Ja, dicke. Das muss ich mir bei dir mal angucken. Also bis jetzt hat, bis jetzt hat noch keiner sich beschwert diesbezüglich. Also Giga reicht dicke. Kannst du halt theoretisch sogar über das selbe Netzwerkkabel machen. Das reicht auch. Also dasselbe, wo halt Internet. Obwohl, ich sag mal, wenn du davon streamst, wird's eng. Dann wird's eng. Also ich hab mir das halt nur angeschaut mit meinem Küchen-PC, der, meine ich, sogar nur eine 100-Mbit-Karte drin hat und da konnte ich dann halt sehen, welche Datenmengen da quasi wirklich durchs Netzwerk geballert werden oder wie groß das Ganze ist und ja, das ist natürlich nicht vergleichbar, weil da keine großartigen Bewegtbilder mit dabei sind. Weil das natürlich auch ein Faktor mit dabei ist. Aber interessant, da sprechen wir noch ein andermal drüber. Ja, sehr gerne. Okay. Okay. Ich habe dich geöffnet. Du hast mich geöffnet. Ja, ich habe dich geöffnet. Ich werde übrigens Episode 2, weil ich das jetzt schon doch relativ häufig auch im Chat lese, ich werde natürlich in der nächsten Runde auch mal ohne Sponsoren machen. Ich habe jetzt nur nicht beide Fälle zusammengebaut. Ehrlich gesagt, haben wir uns da im Vorfeld nicht drüber ausgetauscht, ob das eine oder das andere vom Sponsoring und so weiter abhängt oder halt auch nicht abhängt. Oder wie wir das machen. Okay. Are you ready? Gib mir die Doppel-PC-Lösung und deine Gedanken dazu. Meine Gedanken dazu, die wirst du, du wirst mit, das ist also okay. Also hier, wir machen den Kram mal eben kurz auf und jetzt muss ich auch ein bisschen anpassen, damit hier alles drauf ist. So. Und wahrscheinlich liest du jetzt sofort alles, ohne abzuwarten, ne? Nee, okay, warte. Ich warte. Du musst mir, du musst, du fühl mich durch. Ich guck weg. Ja, nee, du kannst ruhig gucken. Nee, ich fühl mich durch. Also wir fangen mal oben an und dann springen wir direkt nach unten. Also erstens, wir haben einen Komplettpreis von 4.985,99 Euro. Darf ich einmal kurz dazwischen gerichteln, nur? Ganz kurz? Du bist einfach so ein richtig smarter Dude, dass du das da drinnen gemacht hast, weil sich das da automatisch zusammenrichtet. Können wir bitte einmal ganz kurz für Alex klatschen, weil das wirklich smart ist. Ich hatte halt keinen Bock, das alles einzeln auszurechnen. Das ist super smart. Okay, weiter geht's. Okay, danke, danke schön. So, also mein Gedankengard zu, fangen wir mal ganz hinten an. Ich habe natürlich erst mir, wie man hier unten sieht, ganz viele Sachen rausgesucht und mein eigenes Setup mit reingemacht und viele Sachen durchprobiert und ein Komplett-PC und meinen eigenen PC und eine 3080, eine 3090, den Ryzen für 450. Das ist so gerade so ein Preis, für den man den bei verschiedenen Händlern bekommt, etc. Ich habe auch meinen Kamerahalter, den Info-Holder, den kennst du wahrscheinlich auch, reingenommen. Das ist ein Halter, der kostet alleine schon 95 Euro und die hätte ich auch super, super gerne benutzt und auch viele andere Sachen hätte ich super gerne benutzt, aber die haben halt immer wieder das Budget so ein bisschen unnötig gesprengt für, wir machen das ja für die bestmögliche Qualität, die dann am Ende rauskommt, plus Erweiterbarkeit und so weiter. So, was man jetzt hier sieht, ist folgendes. Erstens, wir kaufen uns eine 2D-Karte, eine 2D-Grafikkarte, die kostet roundabout 48 Euro, es wird welche auch ein bisschen günstiger geben, aber das ist halt, das ist halt auch wie bei dir, eine Lösung, also das ist eine P&Y-Karte, das ist eine Quattro, die hat Displayport-Anschlüsse, also nicht noch irgendwas Älteres oder sowas, damit wir nachher aus dem Stream-PC ein Bild rausbekommen, weil wir möchten da einen Monitor dran anschließen, ja, wir haben halt auch eine, okay, okay, gut, 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 ja bitte, super, also richtig gut, richtig gut, dann nehmen wir für den Stream-PC halt die günstigste Keyboard-Maus-Lösung, die ich gefunden habe bei Amazon in dem Fall, für 8 Euro, wir beide wissen, das ist nicht gut und das kann auch sein, dass es irgendwann einfach mal ausgeht und nicht wieder angeht, aber das ist halt das Ding, wo ich dann wirklich, wirklich gespart habe, Budget gemacht habe, wie auch immer, du kannst ein KVM nehmen, du kannst Synergy benutzen, um beide Computer gleichzeitig zu steuern, du kannst nur mit Hotkeys arbeiten oder beispielsweise einen Stream-Lag anschließen, um den Stream-PC zu steuern, du kannst meinetwegen auch einfach nur hier so einen Num-Block benutzen, den du halt, der kostet auch, oh fuck, ich bin in die falsche Szene gerutscht, Entschuldigung, weil damit steuere ich halt sozusagen meine Szenen über ganz normal, ich habe hier zwei Stream-Lags liegen, aber das ist halt eben meine Lösung, die ich schon seit, ich weiß nicht, fünf Jahren oder sowas benutze und das funktioniert für mich sehr gut. So, jetzt habe ich ja dummerweise gerade den Preis verändert, so mit dabei. Dann kaufen wir uns ein Komplett-PC, der hier in verschiedenen Stores gelistet wird, unter anderem in dem Otto-Store und da muss ich ganz klar dazu sagen, da ist eine 3070 drin und da kann man davon ausgehen, das ist keine MSI, keine Gigabyte, keine EVGA oder sowas, sondern das wird wahrscheinlich eine eigens produzierte sein, also so eine No-Name-Lösung, sowas, was Dell und HP in ihre Computer einbaut. Davon bin ich jetzt mal ausgegangen, aber das ist halt eine 3070, die erfüllt halt die Spezifikationen. Und diesen PC gibt es dann halt mit einem, in diesem Fall jetzt hier, Ryzen 9 5900X, darauf habe ich es abgesehen, mit nur 16 Gigabyte Speicher, einer kleinen SSD, hier ist sogar jetzt noch eine Terabyte und so weiter drin und so weiter und so fort, aber das ist dann quasi sozusagen unser Stream-PC. Das heißt also, wir haben die komplette Power über die CPU, also sprich, wir können den kompletten, die komplette CPU nutzen, nur zum Encoden, ja? Das war der Hintergedanke dabei, weil ich habe natürlich gemerkt, wenn ich zwei PCs baue und versuche, alles selber zu bauen, ich hätte auch super gerne einen PC von Hightech genommen und das war genau so dieses, mir fehlten dann 50, 80, 100 Euro, weil Hightech halt dann ein paar andere Komponenten mit reingebaut. Das ist ein Partner von mir in dem Fall jetzt. Und das hätte auch funktioniert und wenn man sich jetzt geeinigt hätte oder vorfällig mal gesprochen hätte, wir nehmen halt Partner definitiv mit rein, weil dann hätte ich an anderer Stelle wieder ein bisschen schieben müssen, dann wäre jetzt hier nicht ein Captiva-Hightech-PC, sondern halt einer von meinem Partner mit drin gewesen. So, also mein Stream-PC besteht quasi aus einer 5900X, damit wir eine geile CPU zum Encoden haben, einer ganz stinknormalen 2D-Grafikkarte, über die wir das Bild ausgeben können und einer günstigen Maus. Könntest du nochmal bitte den kompletten PC anmachen, bitte? Also die Seite auf Geist heißt? Ja, ja, habe ich schon. Du kannst aus dem Dings rausgehen. Du brauchst keine Grafikkarte, kannst du sparen. Du meinst, weil wir eine IGPU haben? Ja, theoretisch, oder? Das kann der 5900X nicht. Der hat keine APU. Das ist so ein Klackpunkt. Nehmen wir mal, ja. Viele, 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 viele Intels kamen das oder können das, aber AMD kann das halt nicht. Ja, ich, ist alles gut, ja. Kein Ding. So, und dann habe ich ja jahrelang, immer, und das mache ich heute auch noch, trotz Partner und allen Programmen, wenn Leute Computer selber bauen wollen, du gibst bei Google der perfekte oder der ideale Gaming-PC und du landest bei einer Webseite namens Computerbase. Und da gibt es dann halt eben Übersichten, Listen mit halt eben selbst zusammengestellten Setups. Und die haben die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Die kommen an keine Grafikkarten ran. Das heißt also, diese Zusammenstellungen sind gerade so ein bisschen aus dem Reich der Legenden und Mythen halt. Ja. Und da, muss ich sagen, war dann natürlich, daraus besteht dann quasi der PC. Das ist dann Ryzen 7 5800X. Das heißt also, ein bisschen weniger Dampf als jetzt in deinem Fall deiner, aber nur zum Zocken. Ein B550-Mainboard, weil reicht aus zum Zocken. Wir brauchen da jetzt nicht mehr. Einen günstigen Kühler, ich hätte lieber einen Noctua reingenommen, aber Luftkühlung 40 Euro. Wir haben hier auch 3600 MHz Speicher, auch Corsair Vengeance. Habe ich bei mir auch selber verbaut. Ja, gebe ich dir recht. Timings nach oben gehen, kann man natürlich noch mehr machen und auch mehr Speicher könnte man machen, aber brauchen wir zum Zocken nicht, außer du gehst so wirklich in die Flugsimulator-Geschichte oder so, was ich gelernt habe. Das bräuchte das. Beim Gehäuse bin ich hier bei einem Pure Base gelandet. Ich habe erst mein eigenes Corsair-Gehäuse hier drin gehabt, aber das hätte dann am Ende wieder diese 10, 20 Euro mehr gekostet, die ich dann nicht hatte. Seasonic Netzteil, das ist für mich auch so ein No-Go, da so ein China-Böller einzubauen. Also ich würde hier auch niemandem dann empfehlen, so ein 50-Euro-Netzteil reinzusetzen oder so was. Seasonic, die machen das schon seit, weiß ich, 20, 30 Jahren. Ich bin bei einer Western Digital SSD in der NVMe gelandet. Ich kenne mich mit Western Digital als NVMe nicht aus. Ich bin auch sehr auf Samsung fokussiert, das ist so mein NVMe-Fetisch, könnte man das so nennen. Aber auch die wären halt 30, 40 Euro teurer gewesen für in etwa die gleiche Leistung. Natürlich kann man jetzt vergleichen und sagen, ja, die Samsung hätte jetzt ein bisschen schnellere Schreibraten oder so was oder so. Aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Lüfter habe ich hier so ein Dreier-Set genommen. Das sind Lüfter, die habe ich in meinem eigenen PC drin. Das sind zwar günstige Gehäuse-Lüfter und die stinken natürlich auch ein bisschen in diesen Vergleichswerten ab, aber die kosten halt nur 13 Euro und die machen ihren Job. Aber in dem Pure Bay sind drei Stück drin. Ja, okay. Wusste ich in dem Fall nicht, weil bei dem Gehäuse, muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich immer ein bisschen hin und her gesprungen. Also das kann, ich bin davon ausgegangen, dass das so viele sind, wie bei meinem Corsair-Gehäuse vorher drin waren und da wäre eins drin gewesen. Also hätten wir noch drei eingebaut, ob wir die jetzt brauchen nicht. Das wären 13 Euro. Und das ist halt auch so ein Ding. Gehäuse-Lüfter kann man natürlich auch 30, 40 Euro für einen ausgeben und ich will das gar nicht in Frage stellen. Noctua ist auch mein absoluter Fetisch, was Gehäuse-Lüfter und Kühler angeht. Ob einem das das immer wert ist, muss man am Ende selber entscheiden. Ich habe bei mir halt auch einen richtig schönen, großen Chroma X DH-15 ist das, glaube ich, als Kühler drin, weil ich den einfach schon immer haben wollte, seitdem der angekündigt wurde. Aber natürlich kann man da auch Geld sparen und man muss nicht so viel Geld ausgeben. Bei Maustastatur und Headset, in dem Fall sind es Kopfhörer bei mir auch, bin ich auch auf meinen Partner gegangen und habe hier einfach mal eine neue Tastatur reingenommen. Das ist eine 60 Euro Rubberdome-Tastatur, aber die sieht auch noch stylisch aus. Also die hat so eine komplette, also der komplette Body leuchtet davon. Die kenne ich auch selber noch nicht. Eine günstige Maus und halt eben 12 Euro In-Ears, ja. Diese Rocket-Syper-Dinger haben wir früher, bei Giveaways hatten wir eine Zeit lang, haben wir die, ich weiß nicht, wie viele davon verlost und ich selber habe davon immer jahrelang welche benutzt. Ich habe die sogar zweimal mitgewaschen und die gingen immer noch. Und andere hatten das Problem, muss man auch fairerweise dazu sagen, dass die Dead on Arrival waren. Also sprich, kommt beim Kunden an und kann direkt umgetauscht werden. Ist natürlich auch nicht geil. Ja. So, das heißt also, meine PC-Lösung besteht darin, dass ich die 3070 aus dem Komplett-PC-System ausbaue, in meinen Game-PC einbaue. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts vergessen. Also ich habe es, wie gesagt, gestern noch ein paar Mal durchgekaut und eigentlich fehlt nichts, aber du weißt, wir haben nicht mal in die Steckdosenleisten gedacht. In dem Stream-PC ist halt dann die stärkere CPU drin, damit wir halt möglichst viel Power haben, um das Video-Audio-Signal zu encoden. Und jetzt mache ich einfach mal weiter, weil sonst passt das hier nicht. Alles gut, alles gut. Als Monitor, als Hauptmonitor an meinem Game-PC haben wir den Odyssey G5, das ist ein Samsung-Monitor. Das ist die, in Anführungszeichen, kleine Version. Davon gibt es noch den G7 und der geht auch hoch bis 32 Zoll. Das ist ein schönes Gerät. Der hat sogar 144 Hertz. Wie gesagt, das ist die kleinste Version dabei. Hat ein VA-Panel. Das findet wahrscheinlich nicht jeder gut. Hat aber auch Adaptive Sync. Also das heißt, der ist zum Zocken echt gut geeignet. Das ist kein Gerät, das ich verstecken muss. Ich kenne allerdings diesen persönlich nicht. Ich kenne nur den G7. An dem habe ich schon gesessen und der macht ein wirklich fantastisches Bild. Also hätte ich nicht gedacht, VA-Panel, Reaktionsgespräch. Der G7 hat sogar ein 240 Hertz-Panel. Das ist der Oberknaller. Ja, viele Spiele können das nicht. Also dein PC kann auch mit dieser Hardware in den meisten Spielen nicht so viel Performance bringen. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Vergleichsvideos aus dieser amerikanischen Bubble, wo zum Beispiel Lino's Tech Tips viele Leute einlädt und sie an verschiedene Systeme setzt, die mit 60 Hertz, 144 Hertz, 240 Hertz laufen ist und versucht es möglichst wissenschaftlich auszuwerten, ob die Spielperformance in Anführungszeichen, also das Ergebnis beim Spielen, bei dir besser wird, je schneller die Bildwiederholfrequenz ist. Und nach diesen Tests ist es eindeutig in die Richtung, ja, es wird besser, aber für den Normalsterblichen ist es wahrscheinlich nicht so spannend, weil du musst halt teilweise sehr viel Geld hinlegen, um einen kleinen Vorteil dadurch zu erhalten. Also es ist wahrscheinlich eine Wahl, wie ob du jetzt den Toyo-Reifen auf dein Auto nimmst oder halt irgendwie hier eine noch teurere Marke einsetzt, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Als zweiten Monitor bin ich auch auf eine günstige Lösung gegangen, das ist ein 24 Zoll, der kann, im Prinzip ist das nur ein kleiner Office-Monitor, der sieht auch so ähnlich aus wie deiner, Peak, PMO, irgendwas, der muss halt im Prinzip nur unseren Chat anzeigen und ja, so Sachen, die man halt beim Stream offen hat, das muss nicht alles im Fullscreen sein. Da hatten wir uns ja beim letzten Mal schon nochmal unterhalten, was wir alles so aufhaben, dass du sagst, ich lasse einen Monitor am Hochkant laufen, dann muss der ganze Chat bis Ultimo zu lesen sein, das ist so dein Anspruch daran. Ich hab das nicht, ich hab bei mir immer schon alles auf einem 1440p-Bild unterbringen können, alle Software, die ich so brauche, aber wenn ich dann noch was Neues ausprobieren will, das weiß ich auch nicht, wo ich das immer hinkriege. Ganz klar, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich find's interessant, dass dein Monitor gleich einfach mal 100 Euro mehr sind. Ja, aber wenn man sich das hier mal so anguckt, wo ich halt wirklich sparen konnte, war halt eben das Komplettsystem. Was übrigens super clever ist, da die 3070 rauszusneaken und einfach eine andere reinzustellen. Das ist schon ein richtiger Five-Hat-Move. Das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein Five-Hat-Move. Danke, danke. So, dann ballern wir mal eben ganz kurz durch. Ich hab mich nicht für die 5100 entschieden bei der Kamera, sondern für die 6000, die nach Bekunden von dem ein oder anderen Streamer sozusagen der logische Nachfolger von der 5100 ist, weil die 5100 bekommst du zwar noch neu, aber sie kostet sogar mehr als die 6000. Und auch da muss ich sagen, ich hab die selber nicht getestet, also müsste man das darauf ankommen lassen. Oh nein! Ja, was? Was hast du? Ja, ich hab, ja, da hätte ich auch schon wieder 200 Euro gespart. Oh, okay, fahr fort, ja. Hier hätte ich super, super gerne ein Objektiv drauf gemacht, weil wir, also, das war für mich so die eine der augenöffnendsten Entscheidungen, die ich damals dann gemacht habe. Ich hab jahrelang das Kitty-Objektiv drauf gehabt und hab immer so ein bisschen zu den anderen geschielt. Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner, ne? Und hab viel mit Licht ausprobiert und da kannst du wirklich viel machen. Aber dann hab ich mal ein paar Leute gefragt, wie du beim letzten Mal schon gesagt hast, man fragt dann ein paar Leute, die sich damit auskennen, in dem Fall Fotografen oder Menschen, die mit Videografie zu tun haben. Und die, da wurden mir natürlich dann sofort Objektive angeboten und gezeigt, ja, das kostet 1000, das kostet 2500 und so, ja, musst du dich so anstellen. Nö, ich hab noch teurere zu Hause. Und ich glaube, das war Ranzratte, der mir dann ein Objektiv gezeigt hat. Nee, das stimmt gar nicht, das war jemand anders. Ich bin mir nicht immer, jetzt kann sein, dass Ranzratte war oder jemand anders und das war dann halt so ein Objektiv in der 400 Euro Range, meine ich, wäre es gewesen. Das benutze ich bis heute und das hat ein schönes Bokeh, also ein bisschen Tiefhintergrund und Schärfe. Es ist heller, in Anführungszeichen, als das KT-Objektiv, ne, einfach weil es wahrscheinlich auch größer ist. Ich bin da jetzt nicht in der Thematik so drin und das hätte ich super gerne hier drin gehabt, aber dafür habe ich keine Kohle gehabt am Ende, ja. Also, du hast bestimmt das Sigma 16 Millimeter, oder? Ja, Contemporary oder so, wie das heißt, ne? Ja, das hat jeder, das ist auch, also, was heißt, das hat jeder? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer damit, also, ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe damit angefangen, also, das möchte ich überhaupt partout nicht sagen. Ich habe mir das, letztes Jahr, habe ich mir das, glaube ich, gekauft, Anfang des Jahres und ist halt gut, das zu machen. Es ist, es ist, das ist so ein, wirklich so eine eiligende Wollungichsau, so, ne? Das kann viele Sachen ganz, ganz okay. Es gibt natürlich Lösungen, die noch besser sind, aber da zahlt sie halt auch für, ne? Ja, also, für 400 Euro Glas ranschrauben, also, das ist schon, also, das holt erst mal A, aus seiner Kamera ultra viel noch wieder raus und B, ist das halt 400 Mark für Glas, was gutes Bild macht, so. Ja, ich hatte davor sogar noch mal ein Tamron Objektiv, das wurde mir auch empfohlen, das ist so ein Art Objektiv und das macht ein deutlich besseres Bild, hat aber vergleichsweise kleinen Betrachtungswinkel, so das Problem, was man halt auch bei so kleinen Webcams hat, dass, dass man super gerne eigentlich mehr von seinem Zimmer zeigen möchte, also nicht so, so in Richtung Fischerei, aber natürlich kein Fischerei und dieses Tamron hat aber wieder so einen super schmalen Betrachtungswinkel gehabt und ich musste das super weit von mir weg positionieren, damit ich überhaupt mich komplett drauf gekriegt habe, so und, äh, das war ein 800 Euro Objektiv, ja, also das war jetzt nicht so die schlauste Entscheidung, aber ich hab da auch ein bisschen rumexperimentiert zu der Zeit und, ähm, egal, äh, lass uns weitermachen. Bei der, wieso? Wir haben doch noch Zeit, das ist doch keine Eile, äh, bei dem, bei dem Glas, das Problem ist halt, dass wir, also wir Streamer, äh, APS-C Kameras kaufen und, äh, du kannst dir ja einen, äh, 24 Millimeter kaufen, was auf Full Frame so ein Scheuntor ist, aber auf APS-C halt das minimiert wird und dann bist du wieder bei 35 Millimeter und da ist halt das Problem, was halt viele Leute, äh, leider Gottes, und ich am Anfang übrigens auch, sich verschätzen und, äh, dann diese kleinen Bildausschnitte haben und du wirst halt, auf kurz oder lang wirst du, also Objektive werden halt immer teurer, deswegen ist, dieses, dieses Sigma, einfach eine, eine eierlegende Wollmilchsau, so wie du schon gesagt hast, also für 400 Euro so einen guten Autofokus zu kriegen, äh, was permanent wirklich am Laufen ist und dir einigermaßen vernünftiges, äh, vernünftiges Bild und Bouquet geben, das ist einfach wirklich so ein Go-To-Objektiv, wo ich sage, ey, also das kriegt die da drüben mit einem 1500 Euro Objektiv nicht unbedingt besser hin. Wo du es gerade mit dem Autofokus sagst, ich hatte in den Standard-Auto-Einstellungen von der Sony, ähm, und Sony macht einen wirklich guten Job mit dem Autofokus, äh, immer das Problem, dass ich nicht so richtig gefokust wurde, bis ich gecheckt habe, so, ja, der fokussiert natürlich etwas anderes, was permanent im Bild ist, nämlich das Mikrofon. So, und dann habe ich, und das kann man bei der Sony auch schauen, auch schon bei der 5100, dann kannst du dem halt eine Zone vorgeben, die fokussiert werden soll und dann setzt du diese Zone einfach oberhalb von der Kamera an, also, na, auch so ein Five-Head-Move, da kannst du, kommst du von alleine drauf eigentlich, aber, weißt du, und dann habe ich das einfach nur angehoben und schwupp, ich bin immer im Fokus und der Autofokus bei mir ist der Hammer. Also das, du kannst mal eben kurz was, du kannst eben kurz eine Flasche in die Cam halten, das fokussiert, nimmst du weg, du bist sofort wieder im Fokus, das ist nicht so wie bei den USB-Webcams, die dann teilweise komplett vorne im Fokus bleiben und dich dann unscharf lassen, so, da gibt es dann aber noch den Five-Head-Move und der nennt sich Gesichtserkennung. Das ist der Five-Head-Five-Head-Move. Das kann, was, kann das die 5100 auch schon? Nee, ich weiß nicht, ob die 6100 das drin hat, ich glaube, eher weniger, aber genau, also ich habe meine Kamera extra so gekauft, dass ich, dass ich Gesichtserkennung drin habe. Das ist für mich super, super wichtig. Also, gerade jetzt, bei mir, muss ich aber auch sagen, bei mir, manchmal stimmt der Fokus nicht, wenn irgendwas, also gerade, wenn ich sowas mache, dann nimmt der auch gerne mal meine Hand so, aber das ist ja auch, also deswegen willst du Autofokus haben, aber du kannst ja auch diese, den Mix aus beiden machen, das geht ja auch. Aber ich bin mir sicher, dass die 5100 das auch kann, weil wenn wir zu zweit hier vor der Kamera sind und ich bin nur so leicht im Profil zu sehen, dann erkennt die Kamera offensichtlich zwei Augenpaare, nehme ich mal an, als markantes Objekt und ich sehe sofort in dem Sucher oben, dass noch ein zweiter Ausschnitt quasi fotokussiert wird beziehungsweise erkannt wird, so. Aber da, da, ja. 5100 oder 5900? 5100. Ich wollte gerade sagen, weil du hast 5900 gesagt und ich die ganze Zeit habe überlegen, welches so die Kamera hat, der sich dann jetzt da gekauft, verdammte Angst. Okay, weiter. Also, ich nutze hier jetzt gerade in meinem Setup zweimal die 5100. Also einmal jetzt hier quasi direkt vor mir. Die hat aber keinen Augenfokus. Ja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, diesen Fokus nochmal so ein bisschen zu pimpen, das ist dann halt so ein Ding, das machst du am Anfang nicht, weil du kaufst ja nur irgendeine Kamera nach, lässt die so ein bisschen einstellen, stellst die falsche Blende ein, die falsche Verschlusszeit und so und da muss man auch so ein bisschen reinwachsen oder halt wie gesagt auch jemanden fragen. Aber es macht halt keinen Sinn, einfach nur sich einen Screenshot von jemandem zu nehmen und das da so einzustellen und sich dann zu wundern, so, oh, mein Bild sieht trotzdem ein bisschen kacke aus, weil man vielleicht eine andere Beleuchtung hat oder sowas. Also ein bisschen nochmal nachfragen, warum das so ist, macht halt auch Sinn. Und ich kenne mich damit wirklich nur so viel aus, wie ich muss. Ich habe da wirklich wenig Ahnung von der Materie. Aber dafür ist es doch gut bei dir. Ja, ja, danke, danke, danke. So, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, Entschuldigung, ich habe Alex voll abgelenkt jetzt hier. Ja, das ist kein Problem. Also wie gesagt, über Kameras kann man sich ja auch tagelang unterhalten, das ist jetzt kein, Sony Alpha 6000, weil ist halt sozusagen der logische Nachfolger, kostet aber auch 479 Euro mit Kitty Objektiv. Wie gesagt, keine Erfahrung damit. Ich habe auch einen Akkudummy dann da reingekauft, weil wir wollen die am Dauerbetrieb halt laufen lassen. Wir haben hier die AvaMedia Live Gamer Duo Karte als Capture Karte eingebaut. Ich hätte super gerne was von Elgato genommen, aber Elgato hat keine Kamera, womit ich zwei Captures drin habe. Es gibt die HD Pro, die gibt es jetzt, den Cam Link Pro. Der kann vier Captures, aber der hätte mein Budget gesprengt und ich wollte absolut keine USB-Lösung haben, also keinen Cam Link 4K. Ich finde den Cam Link 4K gut, keine Frage, aber für einen Dauerbetrieb USB möchte ich nicht. Ich hatte vor zwei, drei Jahren mal ein Gespräch mit einem Elgato-Mitarbeiter und da kamen diese Geräte gerade so raus und da hatte ich gerade so meine Probleme mit den USB-Geräten beerdigt. Also ich hatte damals mal an einem Stream-PC das Problem, dass alle USB-Geräte in unabhängigen, also in komischen Zeitabständen, also nicht nachvollziehbar komplett ausgefallen sind. Du hast diesen USB-Disconnect-Sound gehört und zwei Sekunden später alle wieder gefunden und du konntest im Gerät-Menschen dazugucken, wie die alle weg waren und weil sie drin waren. So und wahrscheinlich lag das an dem Mainboard oder vielleicht auch die Spannungsversorgung vom Netzteil. Das habe ich aber auch alles mal durchgewechselt und es, keine Ahnung, vielleicht war auch einfach nur ein Teil dazwischen, das ein bisschen den Fehler verursacht hat. So, es kann ja auch sein. und damit habe ich mich halt monatelang rumgeprügelt und im Stream war das dann immer so, dass die USB-Webcams natürlich dann eingefroren waren und du musst sie dann OBS einmal deaktivieren und wieder aktivieren. Damals gab es den Refresh-Button halt noch nicht und das ist halt, das willst du nicht. Du willst beim Stream dich nicht darum kümmern, dass es gerade so eben läuft, sondern du willst halt spielen und ein bisschen Spaß haben und dein Ding machen und nicht irgendwie immer wieder die Kameras neu starten. Geht halt gar nicht. So, also ich hätte da super, super gerne was von Elgato reingenommen, aber die haben, Elgato hat leider noch keine Lösung, womit ich zwei HDMI-Inputs aufnehmen kann, außer ich hätte zwei Cam-Links gekauft. Das hätte auch vom Budget her gepasst, aber ich will kein USB haben. Wolltest du den Cam-Link zum Gaming übertragen mit reinnehmen dann? Kann man, habe ich gemacht. Das funktioniert. Ja, das ist okay. Ist das wild? Es wird nicht empfohlen, weil man sich, keine Ahnung, von den Spezifikationen mehr so in Richtung Kameras orientiert, aber theoretisch und praktisch kann der das. Ja, 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 klar. Also das will ich ja gar nicht abschreiten. Ja, und ich hätte auch super, super gerne so eine, so eine, so eine, so eine richtige Pro-Zoomer-Karte genommen hier, wie beim letzten Mal schon gezeigt, hier so eine Magewell. Aber da bist du bei einer Duo-Karte schon bei 500 Tacken, so roundabout. Das ist nicht cool. Hättest du auch nicht. Also, nee, wir heben das für die nächste Folge auf. Ich, ich verrate, ich verrate dir jetzt nichts. Nee, ist kein Problem. Dann habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen geschaut, was, was gibt so der asiatische Markt so allgemein her? Also unabhängig vom asiatischen Markt, in Amerika werden zum Beispiel auch viele Blackmagic-Geräte genutzt und da habe ich mich nicht wirklich umgeschaut, weil ich mich damit auch nicht auskenne und viele Blackmagic-Sachen kosten halt auch automatisch Pro-Zoomer-Level, also schon eher teuer und also teuer im Sinne von würde jetzt unser Budget sprengen, nicht teuer im Sinne von unnötig teuer und bei den asiatischen Geräten bin ich ganz bei dir. Ja, wenn man funky ist, kann man das ausprobieren und vielleicht werden wir das in Zukunft auch mal testen hier im Rahmen dieses Projekts oder zumindest über die Ergebnisse darüber sprechen, aber wenn ich wenn ich hier was aufzeigen will, bei dem ich sicher bin, dass es läuft, möchte ich nicht mir jetzt ein Gerät für 80, 90, 100 Euro kaufen, das mir verspricht, es kann zwei, drei HDMI-Ports aufnehmen oder vier und am Ende kann ich den Treiber nicht installieren oder es fällt beim nächsten Tag aus und es gibt keine wirkliche Hersteller- Website oder sowas. Also nicht falsch verstehen, natürlich gibt es gute asiatische Produkte, die wir vielleicht einfach nicht kennen und da hat mir auch jemand schon etwas mal zugesagt, beziehungsweise mal geschickt, also noch nicht geschickt, aber mir mal gezeigt. Es gibt auf jeden Fall noch, da auch noch andere Sachen und ja, auch ich habe diesen 15 oder 12 Euro HDMI, USB, Camlink China-Billig-Kopie. Das Bild sieht vermatschter aus, die Farben sehen unschärfer aus, eine Farbe, die einfach komisch, also die haben einfach ein schlechtes Farbprofil und das Ding funktioniert, ne, so um eben eine Kamera anzuschließen, Webcall zu machen, keine Frage, läuft, aber im Vergleich zu den teureren Geräten, you pay what you get for, ne, also das, ich würde nicht sagen, die sind scheiße und die haben keine Daseinsberechtigung, aber diesen Premium-Preis, den man halt für die besseren Geräte ausgibt, das sieht man. Es gibt unendlich viele Vergleichsvideos im Netz, die das mittlerweile zeigen, das ist nicht einfach nur Shit-Talken und Gelaber in Richtung, ja, man muss halt die Partnerprodukte kaufen oder sowas, ne, das ist Quatsch. Wie du vorhin schon gesagt hast, man kann bei vielen Sachen sparen und da sollte man auch so diesen Forscherdrang haben und ein bisschen gucken, ein bisschen lesen, sich mal ein bisschen informieren und wenn man da keinen Bock drauf hat, dann kann man auch natürlich stumpf Produkte nachkaufen von Leuten, bei denen man weiß, wie es dann am Ende aussieht. Da bin ich auch kein, nicht abgeneigt. Hier ist ein HDMI-Kabel mit drin, dann habe ich mich für das GoXLA entschieden, weil ich mir gedacht habe, hm, einen Kompressor würdest du schon gerne haben, ein neues Gate möchtest du schon gerne haben, du hast einen Sampler mit drin, du kannst sogar Streamdeck-like da ein Soundboard drauflegen, ne. Der GoXLR ist schon ziemlich geil und du kannst halt auch auf einem Ausgang quasi nur die Mikrofonspur hinlegen, das heißt, du kannst dann wieder in deinen Game-PC reingehen, wofür wir dann wieder ein weiteres dreieinhalb Millimeter Klinkenkabel brauchen. Der GoXLR ist sicherlich nicht die perfekte Lösung, weil man da, glaube ich, auch nicht so genau weiß, wie es mit der Firma da weitergeht, irgendwelche Developer sind da mal nicht ausgestiegen. Ich kriege das auch nur so am Rande so mit. Ähm, jedenfalls langer oder kurzer Sinn, äh, ich hab das GoXLR selber nicht, ich kenn ein paar Streamer, die das Teil haben, ich find das, ich war am Anfang super dagegen, also die ersten Reviews, die wir uns da angeschaut haben, da hab ich mir gedacht so, das ist irgend so ein Produkt, da will eine Firma nur so ein bisschen im Streaming-Markt ein bisschen Geld abgreifen, aber je mehr Leute das genutzt haben und je mehr, ähm, also Vergleichs- und, ähm, Videos rausgekommen sind, die das, äh, die das, die das sozusagen gezeigt haben, was man, was man mit dem Gerät halt machen kann, wo die Vorsteile und die Nachteile davon liegen, desto mehr bin ich ein Fan davon, ohne dass ich's wirklich habe. Für mich riesengroßer Nachteil, wie für dich, das Ding hat nur einen XLR-Anschluss, theoretisch kann man's erweitern, indem man halt noch ein XLR-Mini kauft, ein GoXLR-Mini kauft, das hat noch einen weiteren, äh, äh, Anschluss und du kannst es per USB-Anschluss dann anschließen, also so Daisy-Chain-mäßig, ähm, was es natürlich dann zu einer teuren 2XLR-Lösung macht, ähm, plus natürlich auch sehr unkomfortabel aufzubauen, weil das halt so einen komischen Formfaktor hat, dann ist es relativ fett und es hat keine 19-Zoll-Breite, also es ist halt wie so ein typisches DJ-Misch-Pult, so, ne, so wie das Mackie, das du dir ausgesucht hast wahrscheinlich, so mit dabei. Ähm, also das wäre jetzt ein weiterer Punkt, bei dem ich sagen würde, ja, das Ding kostet knapp 400 Euro, vielleicht hätte es auch ein kleiner Yamaha-Mixer getan, wie zum Beispiel der AG-06 oder AG-03, ne, Stichwort Erweiterbarkeit, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man für eine, wir möchten eine gute Tonqualität haben und wir haben hier dann leider nur, und das ist ein Vorteil bei dir jetzt bei deinem Setup, wir haben jetzt bei mir leider nur eine Softwarelösung, was den Kompressor angeht, äh, aber am Ende des Tages das, was ich mir bei anderen Streamern angehört habe, was die für eine Qualität daraus holen, finde ich sehr gut. Mikrofon, ja, äh, ich habe auch erst das Elektro-Voice dran gehabt, ich habe auch erst ein größeres Rode dran gehabt, ich habe auch erst einmal das Shure dran gehabt, ähm, hier in meiner gedanklichen Vorstellung, aber wie man sieht, das Budget war halt weg. Und dann bin ich auf ein günstigeres Mic runtergegangen, und zwar das Rode PodMic. Das Rode PodMic hat einen vergleichsweise guten Sound für ein so kleines Mikrofon. Ja, das ist ausbaufähig, das ist, finde ich, für mich in meinem Wunschzettel eins der besten roundabout 100-Euro-Mikrofone. Das stimmt, ja. Das ist kein Mikrofon, das ich jetzt, ähm, sagen würde, dass, das, äh, das zum Beispiel deine Audio-Lösung oder meine Audio-Lösung irgendwie in den Schatten stellt. Ich würde auch sagen, das hat, ähm, man hört auf jeden Fall einen Unterschied zwischen, in diesem Bereich, aber in dem 100-Euro-Bereich macht diesem Mikrofon kaum jemand was vor. Ja. Es hat ein Problem, und zwar mit Explosionsgeräuschen, ne, also, die sind Explosives, P-Ploppen und so'n Scheiß. Ja. Ich hab jetzt auch bewusst keinen, ähm, noch Filter davor gemacht, das hätte jetzt das ein bisschen, ein bisschen gesprengt. Ähm, aber auch da wieder, es gibt ein paar Streamer, bei denen man sich das Mikro anhören kann, und die Qualität ist wirklich gut. Ja. Es ist Luft nach oben da, aber das ist auf jeden Fall, mit diesem Mikrofon steckt man alle Headsets in, 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 in die Tasche. Jetzt mal abgesehen von deiner Speziallösung mit deinem, ähm, mit deinem Bügel, den du da quasi dran hast, ne? Ja, ja, gut. Du kannst ja, ja, Headsets bei Dynamics, äh, kannst du ja auch holen. Ja. Ja, ja, genau. Ähm, also hier würde ich sagen, da ist auf jeden Fall, ähm, Potenzial, genau wie bei der Kamera, dass man später nochmal ein größeres Objektiv draufschrauben kann, wenn man später nochmal Budget hat, äh, könnte man hier später, wenn man das für nötig hält, nochmal ein anderes Mikro holen, aber ich glaub, das braucht man nicht. Also in Kombination mit dem GoXLR, oder wie bei dir, wenn du halt den Kompressor dazwischen hast, da wird man schon was richtig Gutes rausholen können. Und auch nochmal, ich hab das Mikrofon nicht, ich hab zwar ein paar Mikros hier, aber dagegen entschieden, weil ich wollte nicht wie so ein, euch, uns bekannter in Madeira anhängiger, äh, lebender Streamer enden, der dann so die ganze Vitrine voller Mikrofone hat, so, und das brauch ich nicht. Ja. So, ähm, Licht, ich geb dir recht, ich hätte super gerne, ähm, die Keylights mit reingenommen. Ähm, ich benutze bei mir mein Zuhause zwei Keylights, und ja, die sind gesponsert worden, ähm, Vorteil für mich, ich kann die mal eben kurz mit der Software oder mit dem Streamlecker steuern, ne, Werbepart, ähm, und das ist auch super, genauso wie die Helligkeit. Das kann man mit diesen Dingern hier nicht. Das sind, das sind, äh, Geräte von der Firma Neva, äh, die kennt wahrscheinlich jeder, jeder Streamer, der sich schon mal so ein bisschen umgeschaut hat, ähm, die kann man nur ein bisschen in der Helligkeit ändern und hier mit solchen farbigen, ähm, Inlays ein bisschen arbeiten, in diesem Fall die weißen. Äh, Vorteil, die arbeiten auf 5600K, das heißt, du hast eine feste, ähm, äh, feste Farbtemperatur, das heißt, bei unserer Kamera können wir natürlich dann auch sagen, weiß abgleich, und können uns da dann genau das, äh, Farbprofil in Anführungszeichen raussuchen oder einen weiß abgleich raussuchen, der für uns richtig ist. Die Sony 5100 kann zum Beispiel, ähm, da kannst du den weiß abgleich stellen auf, ähm, äh, auf Tageslicht oder du kannst es manuell einstellen und sowas und, ähm, mit solchen, mit diesem, mit diesem Set haben wir, ähm, haben wir halt zwei Beleuchtungen, das heißt, wir können einen, einen ein bisschen heller machen, die anderen ein bisschen dunkler, dadurch kriegen wir ein bisschen Schatten in den, äh, auf unserem, auf unser Gesicht halt irgendwie hin. Du kennst das sicherlich besser als ich, ähm, aber das ist natürlich eine sehr günstige Lösung und die ist einmal eingestellt und wir können da nicht viel machen. Naja, das Keylight, das du dir rausgesucht hast, gerade jetzt auch wegen mit, im Bezug auf Werbepartner, wäre da auch meine, ähm, zu bevorzugen. Es gibt natürlich auch noch, gerade beim Thema Licht gibt es super viele günstige Produkte. Ich habe auch unfassbar viele davon durch in die letzten fünf, sechs Jahre gehabt. Ähm, von der Firma Neva habe ich selber zwei, drei verschiedene Produkte gehabt. Die sind okay, ich hatte auch eins mal was, was war Dead on Arrival, das musste auch direkt ausgetauscht werden. Ähm, andere davon funktionieren seit Jahren, äh, bei mir immer noch im Hintergrund oder auch in einem, in einem anderen Zimmer. Ich habe zum Beispiel mal eine große Leuchte, die habe ich in meinem Badezimmer aufgehangen. Ähm, und ich strahle damit quasi, weil die so hell ist, die Decke an und habe so eine Art Deckenfluter gebaut, weil ich noch so einen Lichtschalter hatte, ne? Ja. Das funktioniert super, ne? Und halt, ist halt eine günstige Lösung. Aber da, da würde ich auch nicht irgendwie, ähm, sagen irgendwie, das ist das Beste, was du machen kannst. Nein, das ist eine Budgetlösung mit zwei Leuchten und, ähm, die ist nicht gut steuerbar. Du hast halt nur, und das, die sind, die werden per USB angeschlossen. Ja, die, du kannst, hier ist nicht mal, nicht mal Netzteil dabei. Das heißt, du musst sie an den Computer anschließen. Da kannst du noch mehr Geld sparen. Also, ja. Boah, jetzt habe ich aber, also, du hast so den, äh, du hast so den, den Ghetto-Dizzy geweckt. Also, ich würde jetzt, glaube ich, mal so richtig für 5000 Euro würde ich mal eins zusammen ghettoen jetzt, glaube ich. Also, okay. Ähm, Thema Mikrofonarm, wo du es vorhin schon gesagt hast, äh, da habe ich auch hin und her geschaut. Bei diesem Mikrofonarm, ähm, von der Marke Millennium und der ist jetzt nicht gerade für Wertigkeit bekannt. Auch, ich will das nicht schlecht reden, aber Millennium, da gibt es halt, keine Ahnung, solche kompletten E-Drums und so weiter. Das sind halt wirklich die ganz günstigen, ne? Ja. Das ist mehr oder so eine Budgetmarke. Hier ist ein Kabel mit dabei. Ich brauche kein XLR-Kabel kaufen. Du kleiner, cleverer Fuchs, du. Dann haben wir hier einen Mikrofonarm, das finde ich persönlich sehr schön, den man, den man hier fest einstellen kann. Also, sprich, den kannst du dir immer noch zu dir ziehen, aber du hast halt eben nicht diese, diese knarrende, ähm, wie nennt sich das, ähm, Federlösung oder diese, diese, diese Rodearm zum Beispiel. Davon habe ich schon zwei kaputt gekriegt. Die haben in der, die sind, die setzen auf so eine Art Scherentechnik. Ähm, irgendwann scheren die sich halt ab. Also, wenn, gerade wenn man die täglich benutzt. Die sind gut, keine Frage, aber ich würde hier ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen. Der kostet zwar auch 70 Euro, aber dann hat man den Arm plus, äh, halt, äh, halt, äh, das, äh, das, äh, Kabel. Ja. Ja. Mit dabei. So, bei dem Kamerahalter, da hatte ich erst, wie gesagt, hier meinen schönen Info-Holder. Ich hole ihn mal eben kurz nach vorne. Der steht hier unten irgendwo. Das ist so ein Ding, das hat mir damals, ähm, Sascha Herr-Igay, äh, mal gezeigt, beziehungsweise, ähm, hatte das, ähm, als erster so in der deutschen Bubble irgendwie in Benutzung. Ich weiß nicht, wo er es her hat. Egal. Äh, das ist ein Halter, der kostet mal eben 95 Euro. Das ist ein Halter, für den lege ich meine Hand ins Feuer. Also, der ist wirklich ultra stabil. Ja, also, das sieht, das ist eine richtig fette DSLR-Kamera da oben drauf. Äh, das Ding ist ultra stabil. Das hat ein paar Nachteile, weil, weil man kann es halt nicht komplett, ähm, in jede Position bringen, weil, weil ich hier wie so eine Art so Zähne ineinander greife und wenn ich genau eine Position haben will, wo so ein Zahn ist, dann geht das nicht. Dann muss man halt erst wieder rüber springen. Äh, aber das Ding trägt wirklich sehr, sehr viel Gewicht. Egal, ob Beleuchtung oder Menschen oder in dem Fall halt eine Kamera, ne. Finde ich sehr, sehr geil. War mir aber zu teuer. Oder anders gesagt, ich musste dann irgendwie noch ein bisschen Geld sparen und deshalb bin ich hier auf die Super-Ghetto-Lösung gekommen und zwar. Okay, jetzt geht's los. Einen 9-Euro-Zweierpack-Wandhalter. Und wisst ihr, was das Gute ist? Das Zeug hält wie eine Eins. Ich hab alles damit an der Wand, oben an der Decke. Das hält wie eine Eins. Ja, klar. Der Nachteil ist natürlich der, je nachdem, was für ein, wie wir zu unserem Wand sitzen, müssen wir entweder die Kamera dann ein bisschen weiter hinten an die Wand anbringen, weil wir haben ja hier keine Distanzstücke nach vorne. Oder wir machen die Kamera so ein bisschen links oder rechts, je nachdem, wo der Computer steht, an die Wand und lassen uns so im Profil oder so leicht von der Seite irgendwie, ja gut, das bedeutet ja im Profil, quasi aufnehmen. Da muss ich echt sagen, da hab ich ein bisschen getrickst, weil wir halt einfach kein Geld hatten. Also da ist die Kohle ausgegangen. Ja, und den Akkudang habe ich vorhin schon erwähnt, damit wir das Ding mit Strom versorgen. So, das ist mein Streamsetter. Die 9-Euro-Dinger, da würde ich, ey, also muss ich dir ganz ehrlich sagen, Jim, ich hab die auch hier, also ich würde da keine, ich würde da keine Sony-Kamera drauf machen. Also ich hab, ich hab solche Action-Cams da dran. Also ich hab hier wirklich eine Halterung an der Decke, die ist fingerdick und da häng ich schon gerade so eine Action-Kamera dran. Also. Ja. So, und mir ist natürlich klar, ich, wie gesagt, bin da auch immer hin und her gegangen von der Grundidee her, was kannst du machen, was funktioniert hier, was funktioniert hier nicht oder ist es ausbaufähig? Und ich hab mir gedacht, ich hab jetzt hier eine Lösung. Wir haben einen kompletten PC nur für den Stream. Also sprich, wir haben einen Stream-PC, der nur für das Encoding da ist. Wir können die komplette CPU-Power nur dafür benutzen. Das heißt, wir haben Luft. Du kannst auf dem Game-PC natürlich dann machen, was du willst. RTX an, aus, wenn wir die Grafikkarte dafür haben, alle Spiele auf Maximum. Wir klonen das Ding und Vollgas. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen, aber ich denke, man sieht auch hier, dass man, dass, dass, man hat da so ein bisschen überlegt, ne? Ja. Also ich würde, ich würde ganz ehrlich jetzt sagen und das möchte ich in Runde eins bekannt geben. Ich möchte Alex dieses Mal zum Sieger küren. Das war einfach das Bessere. Er hat, Alex hat besser abgeliefert. Ganz, ganz ehrlich. Ich habe mich, ich habe mich zu sehr, glaube ich, limitiert auf nur auf Partner zu gehen. Und mein, mein Ehrgeiz wurde gerade geweckt und ich möchte dich das nächste Mal möchte ich komplett vernichten. Aber so richtig vernichten. Also unabhängig davon, dass es ja kein Wettstreit hier so ist und das habe ich auch nicht so empfunden. Ich habe mich da gestern noch dran gesessen und gedacht so, haha, damit gebe ich ihm voll einen mit. Aber ich habe halt gedacht, Mann und ich habe so oft die letzte Woche dann diesen Spruch gehört von wegen, ah, 5000, da kriegst du doch locker alles hin. Ich habe jedes Mal beim Kopfhochschlagen hochgerechnet, Digga, wenn du dir eine dicke Grafikkarte kaufst, dann ist zwei Drittel von deinem Budget sind teilweise schon weg. Ja, das. Also nochmal, um das kurz zu sagen, weil ja einige Menschen da draußen scheinbar sehr enttäuscht sind mit meinen Picks. Meine Picks sind normalerweise noch ein ganz, 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 ganz anderes Budget. Und bei mir geht es wirklich darum, dass ich mich darauf verlassen kann. Ich habe da natürlich sehr viel Geld verschwendet, also das ist ganz klar und das weiß ich auch. Aber ich weiß ganz genau, wenn du dir das so kaufst, dann hast du zu Hause alles stehen und es funktioniert einwandfrei. Natürlich, also natürlich hätte zum Beispiel Alex hätte jetzt noch Geld sparen können, indem er die Capture-Karte rausnimmt. Einfach in die AI reindonnern, da hättest du auch nochmal 100 Euro sparen können. Den Monitor hätte zum Beispiel, hätte ich jetzt persönlich auch nicht so gekauft und hätte noch gespart, also den ersten. Da hättest du auch noch 100 Euro wegmachen können. Äh, dann hätt ich bei den, äh, bei den Lampen, die du verwendet hast, hätte ich persönlich auch noch andere gekauft. Äh, da hätt ich auch nochmal Geld gespart. Also du kannst halt am Ende des Tages ist es halt wirklich so, äh, Präferenzen-Picks, ja. Und bei diesen, äh, das, hier geht's ja auch darum, was würde Alex jetzt machen oder was würde Dizzy jetzt machen. Und, äh, also es geht halt, was viele Leute immer bei, bei solchen Sachen nicht verstehen und das ist auch das, was, ähm, in YouTube-Videos oft, äh, herkommt, dass nicht jeder jeden Scheiß kauft. Also natürlich können wir, wir können noch viel mehr für 5.000 Euro reinpacken. Also können wir wirklich. Wir können, äh, das GoXLR wegmachen und können uns einen Rauschinger kaufen für 40 Euro und, äh, können das auch alles anschließen und noch günstiger machen. Aber am Ende des Tages, und das ist ja auch das, was der Sinn dieses Hardcast, äh, ist, wir kaufen Hardware oder erzählen über die Erfahrungen, die wir mit Hardware gemacht haben. So. Und, äh, ja, das ist absolut richtig, dass man noch günstiger kommen könnte und man kann sicherlich, also, ja, du kommst halt easy. Also der Captiva-Move, der ist echt, also der ist wirklich 5-Hat. Wobei, ganz ehrlich, bei der Grafikkarte und das Netzteil da drin, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber trotzdem so, das ist wieder so ein Woof, das würde ich nicht machen. So, das, also, Verstehe ich. Nee. Verstehe ich. Weißt du, ich hab halt mir erst, wie gesagt, mein eigenes Setup rausgesucht und hab das zusammengerechnet, was, was kostet der Spaß und ich bin bei der ersten Rechnung, bin ich bei 7.000 Euro grob überschlagen rausgekommen. Und dann war mir irgendwie klar, 2.000 Euro kannst du nicht wegsparen, also machst du eine Single-PC-Lösung. Dann hab ich ein Single-PC zusammengebaut, hatte noch einen Fehler in meiner Tabelle hier, weil, ne, zusammen, also, also einfache Zahlen zusammenrechnen ist ja sehr schwer in, in, in so, in so einem Office-Dokument, ne. Und dann hab ich das rausgenommen und auf einmal bin ich bei 3.500 rausgekommen. Ich dachte so, das kann doch jetzt nicht sein. So, und dann, dann, da bin ich erst so auf diesen Trichter gekommen, okay, du kannst jetzt entweder in die Richtung gehen, du baust halt ein Objektiv ein, du baust ein besseres, in Anführungszeichen, besseres Mikrofon ein und gehst noch in die Richtung, vielleicht noch einen Hardware-Kompressor mit reinzunehmen. Im DBX hatte ich auch erst noch im Kopf. Äh, aber, aber am Ende bin ich dann da rausgekommen und, ja. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, es gibt im Komplett-PC-Bereich gibt es, äh, gibt es auf jeden Fall, ähm, aktuell interessante Angebote, wenn man eben nicht so super picky ist bei seinen, äh, bei seinen Roundabout-Komponenten so, ne. Also, und, und auch für jemanden wie dich ist ein Komplett-PC uninteressant, weil du brauchst nur ein Teil. Weißt du, also, wenn du schon einen Computer zu Hause hast, dann willst du ja XYZ noch weiterverwenden und du brauchst halt nur die Grafikkarte, du brauchst halt nur das Netzteil und eine neue CPU so mit dabei, ne. Und ich bin auch sehr picky, was dann, äh, am Ende angeht, was, was für ein Netzteil ich mir selber dann kaufen würde und andere Komponenten. Äh, aber ich musste mich dann ein bisschen beschränken, weil wir halt ein Budget halt haben, ne. Wollen wir, also, falls wir irgendwann mal Runde zwei machen, ja. Ja. Also, würde ich erst mal sagen, dass, äh, dass, äh, äh, eine Excel-Tabelle Pflicht ist, by the way. Also, schön, auch an der Stelle, Alex, schöner Five-Head-Boof. Ich, ganz ehrlich, ich hab so abgeschlucken in dieser Folge, ja. Ich hab so reingekackt, also, äh, ich hab nicht abgeliefert. Also, du hast jetzt hier den ganzen Ruhm hast du gestohlen in dieser, in dieser Ausgabe und das hast du sehr gut gemacht. Ähm, aber fürs, nächste Mal würde ich sagen, du baust Single und ich Dual. Falls wir es nochmal machen sollten. Mit 5000 Euro Budget. Aber mit allem. Also, dann wirklich mit allem. Und Chat muss uns notieren, was wir alles brauchen. Also, wir haben ja jetzt beide zum Beispiel Strom vergessen. Du hast zum Beispiel auch ein Monitorkabel vergessen. Äh, die sind bei den Monitoren in der Regel dabei. Ja, die sind in der Regel dabei, aber dein Monitor, den du gekauft hast, der hat nur VGA und DVI. Und du weißt, du weißt ja nicht, welchen Eingang die Grafikkarte hat. Hm, ja, geb ich dir recht. Im schlimmsten Fall bräuchte man dann 5-Euro-Adapter, aber du hast recht, ja. Ja, also, das macht nachher den Kohl nicht mehr fett. Also, das, also, was heißt jetzt, macht den Kohl nicht fett? Ich sag mal so, wir haben beide, beide was vergessen. Du weniger, ich mehr. Also, ich, wir, wir, ganz ehrlich, können wir jetzt bitte klappen. Alex hat die erste, erste Episode gewonnen. Und ja, wir reden von gewonnen. Ganz klar und dominant. Vielen Dank. Dankeschön. Ich werde dich so zerstören in der nächsten Runde, mein Freund. Das ist mir so, dass wir so, dass wir so, dass wir so, dass wir so, ich habe gestern, ohne Scheiß, ich habe gestern, habe ich davor gesessen und habe überlegt, ah, fuck, nimmst du jetzt Elgato-Sachen und Corsair und kaufst bei Alternate einen oder machst du einfach den Geizhals, du, so. Dann habe ich mir gesagt, nee, Mager, wenn, gehst du mit Stil rein. So. Alles gut. Aber wie auch, das ist ein Fall, über den wir im Vorfeld nicht gesprochen haben. Also, war das jetzt ein bisschen unabgesprochen. Ja, ist ja nicht wild. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Yes, yes. Ja, also, ich hoffe, dass, wenn wir jetzt 5.000 Euro ausgeben, ne, ich habe die Sachen ja bestellt, die kommen ja nächste Woche, äh, dass es alles ankommt und funktioniert. Okay. Das hat bei mir auch einer direkt falsch verstanden im Chat, so für mich, wo hast du jetzt 5.000 Euro für neue Komponenten? Ich verstehe das. Ist virtuell. Ja. Das ist quasi ein Fantasy-Football mit Hardware. Was übrigens gut ist. Also, ja. Oha. Also, Entschuldigung, dass ich hier gerade dieses Oha reinknalle. Aber ist dir eigentlich bewusst, wie viele Menschen, äh, weil ich das gerade checke, wie viele Menschen uns Setups geschickt haben? Ich habe vorhin, äh, ich habe die letzten Tage immer mal reingeschaut, habe immer nochmal gesagt, hey, schickt euch gerne nochmal was. Ich habe das jetzt nicht gerade aktuell gesehen. Nein. Oha. Oh. Klick mal drauf. Ich such gerade. Nicht so gerade? Ja, ich hatte, ich habe das, ja, ja, hier, sofort. Sekunde. Das wäre jetzt quasi der Programmpunkt Nummer zwei, richtig? Ich weiß gar nicht, haben wir Programmpunkte eigentlich? Wir reden ja eigentlich immer nur groß, äh, drauf los. Aber wir haben ja irgendwann mal gesagt, wir wollen ja uns auch mal User-Setups angucken, weil wir... Richtig. Jetzt, ey, jetzt machen wir nämlich hier die ganz arroganten Schnösel und bewerten die Dinger und nehmen jedes einzelne Schraube und Kabel, was da scheiße liegt und jeden hässlichen 4-zu-3-Monitor nehmen wir auseinander. Weil wir haben ja alles gesponsort, wir kriegen alles in den Arsch reingeschoben, jetzt können wir eine große Fresse haben. So wie in anderen Cast, glaube ich. Okay. Können wir machen. Sollen wir von hinten anfangen? Also der, der erste, der was gepostet hat, der war am 5. Mai schon, der, der Mestro. Der Mestro ist übrigens ganz großer Fan von Hardcard. Aber ja, ich würde, äh, ich würde das einfach jetzt hier durchgehen, glaube ich. Okay. Also jetzt aber mal, ja, mach du, Entschuldigung. Ja, nee, wir haben auch da, wäre es vielleicht besser, wenn wir nur einen Desktop benutzen würden, aber, äh, ja. Dann nehme ich deinen. Dann nehme ich jetzt, ich mache deinen Stream auf, äh, Jim, und dann... Ach so, nee, ich dachte, ich teile meinen Desktop mit dir, wie ich von... Ja, dann gib her, gib her, gib her, dann mache ich den auf jetzt, komm. Natürlich. Hast du den, ist das der selbe Leben? Dann muss ich den irgendwann einrichten. Nein. Ach, das ist kein Problem. Nee, erzähl das doch, Mann, erzähl das doch einfach nicht. Das ging vorhin nämlich auch schon nicht, okay. Okay, alles klar. Aber, äh, ich fülle die Zeit einfach. Was machen wir eigentlich potenziell nächste Woche für eine, für eine Thematik? Haben wir da schon eine Idee, was wir, in welche Richtung wir da gehen wollen? Beim letzten Mal hat uns der Chat ja so reingeritten, ne? Ja. So, hey, mach doch mal eine Challenge 5.000 Euro. Setup, die ist das und so weiter. Also, wir haben beim ersten Mal darüber gesprochen, äh, was, was, was so, also wir haben Single-PC mit Dual-PC, äh, verglichen und, ähm, nur um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ich bin nicht gegen einen Dual-PC, ich habe das jahrelang benutzt und ich benutze jetzt gerade eine Single-PC-Lösung, äh, aber natürlich habe ich da auch so diesen Vorschadrang, äh, dass in absehbarer Zeit irgendwann sowieso wieder auf ein Dual-Setup halt irgendwie zu gehen und, ähm, ja, ne? Ich mache jetzt gerade für mich so ein bisschen Proof of Concept und genieße, dass ich halt, wie gesagt, ein Wireless-Kopfhörer benutzen kann, ohne mir Gedanken zu machen, aber, äh, die Vorteile von einem Dual-PC, die locken halt natürlich an jeder Ecke, ne? Ganz klar. Ganz klar. Mal eben kurz den PC neu starten, mal eben kurz dies, mal eben kurz das anschließen, das geht halt nicht. Wollen wir, äh, vielleicht, äh, was mal so eine Idee ist, wollen wir uns mal über Übertragungsmedien und Möglichkeiten unterhalten nächste Woche? Was, 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 was verstehst du unter Übertragungsmedien und Möglichkeiten? Ja, NDI, HDMI, SDI, Capture-Karten, diesen ganzen Kletterer-Datsch, alles, was so in dieses Thema reingeht. Auch Audio? Mh, ich glaube, Audio würde den Rahmen sprengen. Also, wir können, also, wir können über Video-Audio sprechen. Ich denke, aber es wäre sinnvoll, das zu separieren. Okay. Dass wir, also, vielleicht, so als, als Ausblick, wir, wir philosophieren ja gemeinsam mit euch, äh, vielleicht, dass wir nächste Woche Video machen und alles, was dazu gehört, also Kameras und, äh, USB-Kameras, schieß nicht tot, Capture, jadiyadiy, zwischen PCs hin und her übertragen, ich hab übrigens immer noch kein Bild. Ähm. Ach so, soll ich dir das jetzt einrichten? Ja, schick mir das jetzt her. Na, ich denke, wir gucken jetzt auf deinem Desktop. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ich komme sofort an. Und dann gehen wir, eine Woche später gehen wir dann in Audio rein. Boah, ich glaube, ja, Anwendungsmöglichkeiten gibt's ja genug. Also, ich hab bis dato auch, äh, von, von eine, also, ich hab aus meinem Chat einen Zuspruch erhalten für diese Thematik. Und das reicht mir eigentlich immer, um zu sagen, also, ganz viele Leute im Chat haben mir geschrieben, dass, äh, wir das so machen. Okay. Mein Chat sagt, Audio muss separat behandelt werden. Ganz klar, mit mir, was? Also, ich muss ganz klar sagen, ich bin, was Audio angeht, äh, da jetzt vielleicht nicht der affinste, äh, Nutzer. So. Du müsstest theoretisch... Ich sehe es. Na gut. Ich sehe, ich öffne, wir sehen. Hervorragend. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf meinen Desktop, was? Geil, ey, gib mal her, das Ding, ey. Hallo, Menschen. Äh, wir haben, das müsste so... Oh, oh, fuck. Was machst du? Hab ich was gesagt? Nichts, aber ich glaube, man könnte sogar noch eine bessere Qualität zu dir schicken. Bin da nicht ganz sicher. Ja, okay, Alex, können wir alles machen. Jeder erkennt alles. Wir sind auf einem Bildschirm. All good in the neighborhood. Also, wir haben, äh, letzte Woche relativ spontan, unspontan, ähm, gebeten, gefragt, äh, ob Interesse daran besteht, äh, dass ihr uns, äh, User-Setups schicken könnt. Also, User-Setups bedeuten, dass ihr uns euren Desktop schickt. Ihr kennt das vielleicht aus ganz vielen Videos, ne, wo Leute kaputt gerantet werden für ein falsches Kabel. Ich mache das nicht. Das macht der Herr da oben. Der Herr... Ich, wo, 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 nee, 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 nee. Ich mache das auch nicht. Hast du vorhin gesagt, dass... Ich mache das auch nicht. Ich wollte das mal ausprobieren, wie das ist. Aber ich kann doch meinen Zuschauern nicht sagen, dass ihre Wohnung scheiße ist, weil sie gucken ja bei mir auch. Und wenn bei mir was scheiße ist, sagt mir das ja auch immer jeder. Das kann ich gar nicht als Content-Creator. Das stimmt gar nicht. Das kriege ich gar nicht übers Herz, ey. So, und wir waren uns da letzte Woche erst, bis kurz vor Ende, nicht so ganz sicher, mit welchem Hashtag wir das über Twitter machen. Twitter ist, glaube ich, da die beste, ähm, die beste Möglichkeit, was zu übertragen. Und wir haben uns dann aus Zuspruch vom Chat für das Hashtag Hardcast, wie der Name der Show ist, Hardcast Setup entschieden. Also wenn ihr das noch reinballern wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ähm, wobei ich würde die Sachen vorher schon ganz gerne einmal überfliegen, weil, ne, Trollolo und so. Die Richtung. Wieso folgst du Jan Böhmermann eigentlich nicht? Warum sollte ich? Oh, was geht dich das an, wem ich folge? Ja, Entschuldigung, ich sehe gerade deine Twitter-Seite hier. So, erste, erste, den allerersten, den wir hier, den wir bekommen haben, das war, glaube ich, am gleichen Tag, das war, äh, das war Mestro. Ja. Und ich mache das ganz gerne so, entweder machen wir den jetzt hier so auf, oder noch besser, ich ziehe den eben kurz runter, und, äh, wir können hier noch richtig schön reinzoomen. Ach du Scheiße. Ja, damit hat jetzt keiner, das hattest du nicht gedacht, ne? Nee. Okay. Aber ich sehe jetzt hier, also, kannst du übrigens im Browser auch das Shift und Mausrad, äh, nee, Steuerung und Mausrad. Hm, ja, danke. Dafür brauchst du das nicht speichern, ey. Ja, äh. Pass auf, pass auf, wir vergleichen das mal eben kurz, wie gut das im Browser geht. Ja, machen wir. So, größer, mh, ah, fuck, da ist ja, mh, warte, äh, was war denn da? Ah, puh, puh, also das geht aber nicht so gut, oder? Für mich reicht das, und ja, das geht nicht so gut. Scheiße, du hast schon wieder gewonnen heute. Mann, ey, Jim sammelt heute so viele Punkte bei der Zuschauerschaft, ey. Aber warum willst du da reinzoomen, verdammte Scheiße? Was bist denn du für ein Hardware-Fetischist? Weiß ich nicht, manchmal sieht man Sachen erst, wenn sie ein bisschen größer sind. Na, was denn? Ich sehe da alles drauf, alles, was richtig ist. Okay, okay, wie wollen wir vorgehen? Sollen wir das irgendwie bewerten, oder was sagen, was wir gut und was wir nicht so gut finden, oder welche? Und, Mestro, das muss ja nicht unangenehm sein. Wenn ich hier mein Setup zeige, dagegen ist das hier super ordentlich, ja? Also, was ich schön finde, ist, dass, äh, äh, dass unten, ganz unten im Keller eine Handel liegt. Das heißt also, Mestro ist so ein Rechtstyp hier, und der macht immer Bizeps mit dem Rechten, weil auf der Linken liegt keine Handel. Okay, das hätte ich ganz falsch verstanden. Also, nee, Mann, doch so wieder nicht. Aber er ist, äh, er ist Rechtshänder, kann ich jetzt schon sagen. Okay. Ja. Also, ich sehe, wir haben hier einen zwei-PC-Setup, wir sehen einen, einen, ähm, das ist auf der linken Seite, einen auf der rechten Seite, rechts steht ein HP Omen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich habe vor kurzem erst so ein Gerät aufgebaut, die haben sehr interessante, ähm, Mainboards, wo man gar nicht gut ins BIOS reinkommt, man kann fast nichts einstellen im BIOS, das finde ich ganz schwierig, ähm, du kennst das, ne? Äh, was, was mir aufgefallen ist, ich kenne, ich kenne fast niemanden, der, äh, der das, das kleine, äh, äh, ähm, Stream Deck hat von Elgato. Ähm, also, ja, ich, natürlich, wenn die Geräte verkauft, aber das ist mir zu wenig. Also, ich möchte nicht ein Gerät mit sechs Knöpfen haben. Klar, damit kann man ein Profil hin- und herschalten, cool, aber sechs Knöpfe? Also, das verstehe ich bis heute nicht, dieses Produkt. Ich schon. Ah, wer hat's gewonnen? Ich seh's grad. Ich versteh das schon. In der Küche brauchst du nicht mehr als sechs. Hm, ja. Und du brauchst da nicht weniger, brauchst da nicht so viel Platz. Hm, okay. Ja. Okay. Ja, ansonsten, drei Monitore, was mich sofort triggert, ist, dass die nicht auf der gleichen Höhe hängen. Das ist so mein persönlicher Fetisch. Ähm, ähm, und, 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 und hier oben hängt noch so ne, diese, 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 diese Lampe, die, die quasi von oben so ein bisschen Licht geben soll. Da denk ich mir nur so, man guckt doch da rein. Ist die nicht, blendet die dann nicht abends? Hä? Wie, hä? Du hast doch deine Softboxen auch direkt vorm Gesicht, oder nicht? Nö, ich kann dir das gerne mal zeigen. Beim nächsten Mal binde ich hier nochmal eben kurz die, ähm, die, das Epoch-Cam-Ding ein. Zeig ich dir das mal eben. Okay. Hm. Aber. Ja, aber dann so. Ja. Also, ich, ich persönlich, ist doch vollkommen okay. Ist doch ne gute Lösung. Bisschen Licht auf dem Monitor, dass man nicht ins Dunkel starrt, damit die Augen nicht so angestrengt sind. Ist doch top. Ich hab das bei mir meistens so, äh, ich hab ja noch so ne, ähm, Schreibtischlampe, die bei mir nur die Wand anleuchtet hinter mir. Dadurch hab ich so ein diffuses Licht im Raum, äh, wenn, wenn abends hier alles aus ist, äh, das ist eigentlich auch ganz schön. Aber klar, ne? Ist jetzt, ist jetzt so ne Kleinigkeit. Womit ich persönlich nicht klarkäme, wäre diese kleine Mausfläche hier auf der rechten Seite. Und ja, wir haben keine Mausplätze, sondern so ein Desktops, äh, Setops. Ähm. Das verrät mir Highsense, ja? Also, äh, auf dieser kleinen Fläche könnte ich, könnte ich nichts machen. Das ginge nicht. Du ahnst schon wieder viel zu früh, weil vielleicht ist Mestrogon so der Typ, der zum Schreiben, wenn er wirklich nur Office-Arbeit macht, Tastatur in die Mitte schiebt und beim Game schiebt er die nach ganz links. Du bist zu früh dran, ne? Das kann sein. Und vielleicht ist er ja auch ein Kipper beim Zocken und zieht dann die rechte Seite runter und, äh, generiert dadurch mehr Platz. Mhm. Das, das könnte auch sein, ja. Was mich komplett aus dem Universum triggert, ist dieser Schreibtisch. Das triggert mich komplett aus dem Universum raus. Also, erstens, auf dem Boden liegt ein Läufer aus der Toilette, was ich erstmal gut finde, weil das ist ein richtiger Stilbruch. Da ist jemand zu Ikea gegangen und hat gesagt, wisst ihr was? Nur weil ihr das hier in der sanitären Abteilung habt, hat es das noch lange nicht, dass das in die sanitaire Abteilung geht, sondern das geht hier direkt unter meinen Schreibtisch und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das finde ich sehr gut und das ist super löblich. Da traut sich jemand was, aber der Schreibtisch wäre mir trotzdem zu klein. Ich glaube, ich hätte mir schon, ähm, ich glaube, ich hätte mir schon 20 Mal die Schienbeine durchgeknallt unten an dem, an dem Brett. Same. Da sehe ich mich gar nicht. Da sehe ich mich überhaupt nicht. Aber ansonsten? Ich kann das bei mir nicht mal, wenn der Computer unter dem Tisch steht, ne, und der steht dann rechts, also da, wo dann sozusagen die Beine, also die Tischbeine so normalerweise runterkommen, Digga, da trete ich andauernd vor. Also ich sitze offensichtlich wie, also Manspreading hoch 10 an meinem Tisch, offensichtlich, weil ich mir immer links und rechts die Beine anstoße. Also es ist, ne, da bin ich, glaube ich, genetisch irgendwie komisch. Da habe ich auch extra zwischen dem einen Tischbein und dem anderen zwei Meter Platz gelassen. Und dann geht's. Okay. So, dann sehen wir hier noch einen alten Samsung-Drucker. Ich würde jetzt mal annehmen, dass es entweder ein Laser ist oder was Vergleichbares hier, das Ding hier. Also ich kenne mich mit Druckern wirklich gar nicht aus, also ohne Scheiße. Wir hatten früher in der Firma, weiß nicht wie viele verschiedene. Sollen wir das hier so explizit unter die Lupe nehmen oder ist dir das unangenehm? Mir? Ja. Ja, doch, also ich nehme die Dinger immer nicht so auseinander, weil ich denke, dass... Aber, aber, siehst du diesen ekelhaften Aufkleber, der nicht entfernt wurde? Small size for any, was auch immer. Penises? Digga, ich, wenn ich Geräte sehe, wie zum Beispiel Monitore oder auf so Tastaturen von Notebooks oder sowas und da sind diese originalen Aufkleber drauf. Es ist egal, ob ich die Marken gut finde oder nicht, ne? Die gehören da nicht hin. Die müssen ab. Das geht, das geht, oh, da krieg ich, wenn ich so Aufkleber von vor drei Jahren sehe, die so, so ange... So, ah, blablabla. Nein. Einfach nein. Das, da, das, das finde ich sehr unangenehm. Das zieht sich bei mir auch komplett durch. Also das ist, zieht sich bei mir komplett durch. So Aufkleber, die... Du lässt doch auch nicht, wenn du dir einen Fernseher neu kaufst, so dieses, ja, welche Energieeffizienz ist denn das? A, B, C, D? Das lässt du doch auch nicht drauf. Ja, wenn Leute das machen wollen, warum denn nicht? Lass sie doch. Ey, so hat jeder seinen Fetisch. So hast du einen Fetisch, so hab ich einen Fetisch, lass doch jeden machen, was er will. Wenn er das da dran kleben lassen will, ist doch scheiße. Steht doch eh, steht doch eh, das siehst du doch eh nicht. Das steht da unten in der Ecke rum. Was willst du denn abholen, die Scheiße? Oh, ah, mein Papier, oh nee, das Papier kann ich da nicht rausholen. Da ist so ein hässlicher Aufkleber drauf, Alter. Der Drucker ist ja richtig scheiße. Es hat was mit Ästhetik zu tun und dass das ordentlich aussieht. Kurze Rückfrage, ist das ein Grafiktablett, das wir hier rechts sehen? Ja, das ist ein Vakuum. Ja. Ja. Und da unten liegt irgendwas von Thrustmaster rum. Das ist, glaube ich, das ist ein Joystick. Soll ich dir mal was sagen, Alex? Ich möchte jetzt meinen schlimmsten Fetisch, möchte ich dir jetzt mitteilen, okay? Warte, ich nehme eben kurz einen Schluck, damit ich es richtig schön verteile. Jetzt pass mal auf. Mein Fetisch ist es, auf fast allen Produkten die Marke wegzukleben. An meinen Sony-Kameras wirst du nirgends wo ein Stück Sony sehen, geschweige denn an Objektiven, geschweige denn an meiner Wheelbase, geschweige denn an irgendetwas. Das wird alles abgekleben. Ja. Das kann kein, also wirklich kein normaler Mensch kann das nachvollziehen, warum das passiert. Niemand. Hast du, äh, also klebst du das ab oder malst du die nur über oder wie machst du das? Wekleben. Da kommt Gaffa drüber. Weg. Okay. Ich hatte, ich hatte mal, ich hatte mal eine Zusammenarbeit mit einer Hardwarefirma, die mir ein bestimmtes Teil Hardware hingestellt hat. Ich möchte jetzt aus erfindlichen Gründen nicht sagen, welcher das war. Und die haben gesagt, ja, du hast jetzt, das ist ja einer von mehreren bei dir und könntest du vielleicht die Logos der anderen einfach, also, ne, unsere Chefs werden das cool finden, wenn man bei den anderen Geräten die Logos nicht erkennen könnte. Habe ich damals gemacht. Würde ich heute auch wieder so machen, wenn es eine Anfrage von einem Kunden ist, ne, das finde ich nicht wirklich dramatisch. Aber du bist jetzt ehrlich gesagt der Erste, der das so aus eigenen Stücken, weil er da keinen Bock drauf hat. Also, wie gesagt, ich mache das nicht an allen Geräten, aber an vielen Geräten mache ich das. Welchen machst du es nicht? Ja, meinen IAMA hinten am Monitor habe ich auch noch nicht abgeklebt, aber... Ja, aber das wäre jetzt meine nächste Frage. Wir sehen hier bei den Monitoren auf der rechten Seite Asus, auf der linken Seite sehen wir hier so ein Acer-Logo. Das triggert dich? Nee, manche sind halt einfach nur... Also, gewisse Dinge sind halt dann nicht ästhetisch. Also, zum Beispiel habe ich ein Lenkrad, ja? Das ist vorne komplett schwarz Carbon. Und in der Mitte ist ein hässlicher, oranger Haken von, von, äh, Dings hier. Mein Apple ist übrigens auch abgeklebt, komplett, alles. Ähm, dieses hässliche Logo musst du weg, weil das so ein richtiger Stilbruch ist. Das sieht halt nicht ästhetisch aus, verstehst du? Und du willst mir sagen, dass sich diese Aufkleber von dem Originalhersteller nicht triggern? Deswegen habe ich ja eben gerade extra nochmal gesagt, ich kann das verstehen, wenn Leute, denen das scheißegal ist. Also, das da unten wäre mir halt auch scheißegal, wenn das so aussieht. Aber bei manchen Dingen geht das halt nicht anders. Ich habe zum Beispiel auch eine Wheelbase von Fanatec und da ist vorne ein Display drin. Den habe ich abgeklebt. Aber letztens musste ich es leider abmachen, weil ich den Display brauchte. Und ich habe auch die ganze Marke an der Seite abgeklebt gehabt. Aber das Tesa hat sich immer gelöst. Deswegen habe ich das beim Umbau abgemacht. Aber es gibt so Dinge, die sehen einfach unfassbar doof designt aus und dann klebe ich die ab. Also zum Beispiel meine Kamera, nee, kann ich dir jetzt nicht zeigen, meine Kamera ist komplett schwarz. Da ist nichts dran. Finde ich cool. Ich habe mal so eine kurze Anekdote. Ich habe mal auch nur im Fernsehen gesehen, es gibt Menschen, die füllen sich alle ihre Verbrauchsgüter, ob das jetzt ein Müsli ist oder ein Duschgel oder sowas. Und die füllen sich das in so völlig neutrale Verpackungen um, weil sie das halt ästhetischer finden. Und das kann ich auch nachvollziehen. Damit das halt aussieht wie so ein komplett cleanes Badezimmer, wo dann halt nur so weiße Flaschen stehen. Also jetzt, wenn das Badezimmer komplett weiß ist und so weiter. Farbe ist ja egal. Und das finde ich schon cool, aber ich könnte das, glaube ich, nicht durchziehen. Ich glaube, irgendwann würde ich sagen, ach scheiß drauf, die Caddox bleiben jetzt so, wo sie stehen. Das mache ich auch, weil ich keinen Bock habe, das immer umzupacken. Ja, ich glaube, das ist nachher am Ende, kommt das immer darauf an. Also ich würde zum Beispiel so einen Aufkleber, der mir total egal ist. Okay, oh, hier sind noch weitere Bilder mit dabei. Ich würde ganz gerne mich nicht so super festfressen an einem. Wir sehen hier zum Beispiel in einem Computer, sehen wir den Enermax-Kühler. Andersrum. Von dem jetzt, ja, von dem jetzt wieder die eine Hälfte vom Chat halt irgendwie sagen wird, ja, das Kabelmanagement finden sie viel schlimmer und auch den Staub hier drauf. Aber der Enermax-Kühler hat ja Wellen geschlagen, weil der schnell vergnatzt bei vielen Leuten. Ich habe den bei mir im Stream PC dringend, habe das Problem nicht. Hunderte andere Leute, das Internet ist voll davon, haben das Problem. Also, ja. Und dann ist halt immer noch die Frage, steht der jetzt auf dem Kopf oder ging es mit den Wasserzuleitungen bei der Ayo nicht anders? Das ging nicht anders. Das war mir auch so, by the way. Ja. Ist am Ende auch an der Stelle scheißegal. Der kühlt so rum und so rum. True. True. So, dann sehen wir hier noch nachts quasi eingeschaltet die LED-Lichterkette. Jetzt wird auch klar, dass links der wahrscheinlich Stream-PC steht und in der Mitte und rechts sind die normalen Monitore von dem normalen Setup. Ja. So mit dabei. Aber ich würde mich jetzt gar nicht so super mega festfressen, aber ich weiß, bei wem man sich das Kabelmanagement so gut, wie es ging, abgeschaut hat. Nur bei mir nicht. Was? Was? Also, meinst du, ich habe so, das so ordentlich, ist da, Moment mal, da ist eine Fritzbox, hier ist eine Fritzbox hinter angebracht. Ist auch clever, ist gut. Ist clever, ja, aber es geht, WLAN-mäßig geht eine Menge Abstrahlung verloren, ne, wenn du dazwischen sitzt sozusagen. Was ja egal ist, weil du musst ja nur Empfang haben. Ja. Na dann, los. Nächster, wer kommt? Wen, wen haben wir? Nächstes Setup ist von Mike. So, mal, jetzt ziehe ich mir dann kurz raus. Oh, ja, vielleicht sollte man auch das große Bild rausziehen, ne, das macht ja Sinn. Da ist Konflikt. Wird nicht größer, by the way. Nicht wirklich. Zehn von zehn Katze. Zehn von zehn Katze, vor allen Dingen mit der Propellermütze. Was ich hier auf den ersten Blick sofort sehe, so ein Elektroniker, weißt du, so der typische Basteltisch. Das finde ich, jetzt muss ich echt sagen, das finde ich mega geil, hier kommt anscheinend so ein Monitorarm mit so einem Display, kommt hier von oben oder von der Seite, von hinten oder so irgendwie her, das finde ich super. Vier zu drei Displays. Feier ich schon hart im Mann jetzt. Da liegen zwei, da sind zwei Bildschirme extra übrigens draußen, links an der Seite, das ist der Streaming-PC wahrscheinlich. Jetzt guck ich dir das mal an, hier oben über dem Main-Monitor, oben links, ist auch noch irgendeine Art von Display angebracht. Ja. Was ist das? Und rechts übrigens auch noch zwei, by the way. Ja, ja, hier, ne, zwei Tablets oder was das hier irgendwie ist oder so. Ja. Also erstens, warum und zweitens, hä? Der Audio-Mixer ist halt auch sexy an der Seite. Mhm. Oh, geil. Alexa, schau, müsste das sein, der oben hier, der Kleine. Wahrscheinlich. Irgendwie so. Also wenn wir mal hier mal ein bisschen reinzoomen, ich kann wirklich viele von diesen Geräten jetzt nicht wirklich zuordnen. Etikettiermaschine, nicht so. Ja, ja. Aber das, was direkt unter dem Monitor ist, das in der Mitte hier, das große, ist das so ein, was ist das, ist das ein Festplatten-Doc? Super Nintendo Mini. Also ich hab erst gedacht, das ist ein Super Nintendo, aber du wärst zu klein dafür, du könntest recht haben, dass es ein Super Nintendo Mini ist. Ja, ja. Ansonsten aber sehr chaotisch, ne? Ja, ist wahrscheinlich, oh, ist es wahrscheinlich Werkstatt oder sowas, geh ich mal von aus. Mhm. Aber ich find das, ich find das, ich find das sehr krass hier mit den, mit diesem kompletten, er sitzt ja quasi halb, 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 halb rund hier in so einem Monitor-Setup mit drin, ne? So Matrix-Teil. Find ich gut. Und oben drüber hängt noch ein Fernsehen, den hab ich gar nicht gesehen. Ja, stimmt, hast recht, da hängt noch ein Fernsehen dran. Geil, endlich mal einer mit einem Fetisch für Bildschirme. Aber kann ich dir sagen, kann ich dir sagen, Mike wird die, wird die meisten irgendwo her gesnackt haben und rausgegettet haben, die Monitore. Die werden ihn nicht viel gekostet haben. Und das ist halt für, ich glaub, für so eine Bastelwerkstatt vollkommen ausreichend. Find ich gut. Absolut. Vor allem, ja, oder halt eben über die letzten Jahrzehnte immer mal so hängen geblieben. Weißt du, noch so dieser fette Monitor hier rechts oder so, das kann vielleicht noch ein TFT-Monitor sein. Weißt du, ich hab auch erst vor zwei, drei Jahren den letzten TFT-Monitor mal irgendwie aussortiert, weil ich ihn einfach wirklich nicht mehr gebraucht habe, weil, ne, Anschlussmöglichkeiten etc. Beim letzten Umzug, by the way. Ja, so die Richtung. Ja, schön. Und dann hier an der Wand auf der rechten Seite alle möglichen Controller, die du wahrscheinlich viel besser durchsagen kannst, welche das genau alles sind. Ich bin da in der Thematik nicht so drin. Aber witzig. Audiosystem hier, links, rechts, dieses große Ding in der Hintergrund hier, keine Ahnung. Also, bei dem Setup würde ich jetzt sagen, das könnte sogar, also entweder ein Lüfter oder sogar so ein externer Wasserkühler. Kennst du die noch? Damals aus den, Anfang der 2000ern? Ja. Da hast du so einen Kühlturm gehabt, der extern stand und dann musstest du irgendwie zusehen, dass du die Leitung noch so in den PC reinkramst. Aber da gab es ja hinten auch extra diese Öffnung, wo man das durchstecken konnte. Ja. Gab es ja zu der Zeit auch. Ja. Next? Ja, hau rein. Wen haben wir denn jetzt? Äh, Arofirm. Arofirm, Sekunde. Zack, zack. Hab ich jetzt, feier ich jetzt schon. Feier ich einfach jetzt schon. Wegen diesem, soll ich dir was sagen? Ich hab vor kurzem überlegt, ob ich mir hier so ein typisches Fotostyle-mäßiges Gestänge über meine Monitore baue, damit ich da meine Beleuchtung und Kamera dranhängen kann. So ähnlich wie hier. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Geschwung. Aber das ist doch wohl eine stabile Lösung. Da wackelt nichts, du kannst da schwere Sachen dranhängen und dann, das ist eine Philips Hue-Lösung hier, ne? Diese Beleuchtung, oder? Ja, das sind die Playlights. Da könntest du solche richtigen großen Baustrahler rein. Gut, dann hast du ein Problem mit deiner Netzhaut, aber vom Gewicht her geht das. Das ist echt so eine, also muss ich ganz ehrlich sagen, da könntest du, glaube ich, nachher sogar deine Monitore noch ranmachen. Das ist hier 10 von 10. 5-Hat. Das ist 5-Hat. Und das Geile ist, oben neben der Kamera, da ist sogar noch ein extra Gewinde dran. Da hängt normalerweise, glaube ich, auch noch ein anderes dran, ne? Ja. Eine andere Kamera. Du meinst hier, dieses Dual-Port-Ding hier, ne? Das hier, ja. Was mir jetzt nicht so gefällt, persönlich, weil, ne? Wir sind alle geschlagen, aber diese USB-Webcam hier, ne? Also, no hate, aber das, ja, für ein bisschen Klimbim reicht die auch, also. Klar, aber warum hängt dann das Ding hier? Warum? 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 Ja. Damit man zwei Kamerawinkel hat, die so dicht beieinander sind. Ja, wieso? Du, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Jetzt hör mal zu. Also, ich geh mal ganz stark davon aus, dass der junge Mann das hier als ein Hobby macht und damit nicht wirklich Geld verdient, okay? Also, nehm ich jetzt mal so an. Also, das ist, weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist das einfach nur eine Handkamera oder er ist ein... Man könnte auch sein, dass er so ein Bastler ist oder so und dafür reicht das noch dicker aus. Also, warum soll er da nochmal 500 Kröten hinlegen, um sich noch eine zu kaufen? Aber erst mal, du bist ja schon automatisch Fan, weil du hier den Hochkant-Monitor siehst. Das ist ja so dein Ding. Nee, bin ich nicht. Hast du letztes Mal noch gesagt, Schad, Hochkant, dies, das und alles? Ja, richtig. Ich bin Hochkant-Fan, aber wenn Leute das so anders machen, ist das auch vollkommen okay. Die haben nur noch keine Ahnung, was gut ist. Okay, pass auf. Also, wir ballern mal eben ganz kurz durch, ne? Eine, ist das eine Gigabyte-Tastatur? Ja. Ich glaube. Sieht so aus. Diese typische, ich nenne es jetzt mal Brotkastenform, finde ich persönlich super geil. Also, ich mag diese super kleinen, schlichtens, und das ist ja auch noch die ganz normal hohen Tasten, holst du mich immer mit ab. Finde ich super. Standard Streamlack, ne? Es gibt ja noch das XL und das ganz kleine. Bei Dynamik-Kopfhörer, wahrscheinlich, keine Ahnung, DT99 oder die 770. Welche waren nochmal die offenen? Nee, das sind nicht die offenen. Auch nicht die halbe. Das sind 770. Okay. Das rolle Mikrofon, was hier an keiner Spinne hängt. Wenn der Arm jetzt nicht an demselben Tisch befestigt ist, hat er da wieder kein Problem. Aber ansonsten hast du immer mal solche Stoßgeräusche mit da drauf. Das wäre so etwas, was man verbessern könnte im Sinne von, wenn es Probleme macht. Aber ansonsten, ich glaube, das ist das USB-Mikrofon hier, ne? Nee, nee, ah, Moment, Moment, ich habe es vorhin schon gesehen. Nee, nee. Siehst du hier unten? Ja, sehe ich. Den Yamaha AG 06. Ich glaube, der 3 ist kleiner, ne? Ja. Guter Kauf übrigens. Also, ich habe das einmal zum Testen hier gehabt. Da habe ich auch ein größeres Rode-Mikrofon getestet. Ich glaube, das war das Broadcaster oder sowas. Schöner Mixer. Und du kannst ja auch noch in quasi, du kannst ja den auch noch ansteuern. Und du kannst auch in die Software da reingehen. Finde ich echt ein schickes Teil für den Preis vor allen Dingen. Ah, ja. 160 oder so? 160, ja. Schönes Ding. Also, was mir hier am besten gefällt, ohne Scheiß, ist jedes Gestänge. Finde ich super. Das ist einfach 10 von 10. Ja. Aber weißt du, was eigentlich noch viel geiler geworden ist mittlerweile, Alex? Hm? Alu-Profile. Also, wenn du wirklich ohne Scheiß... Nee, jetzt hör mir zu, Alex. Jetzt hör mir zu. Ich hör dir zu. Ich habe ja jetzt hier drüben eine große Wand Alu-Profile verbaut. Also, weil es ist ja nur mittlerweile durch das Racing-Krick. Alu-Profile ist das günstigste und stabilste auf der ganzen Welt, was du so modular bauen kannst. Das ist einfach abgespaced. Irgendwann, und da gebe ich euch jetzt schon Brief und Siegel drauf, werde ich aus Alu-Profilen alles an meinen Tischrand schrauben. Alles. Alle Halterungen weg. Und ich habe nur noch zwei Füße und dann hinten so ein Gestell und da ist alles einfach dran. Das ist das geilste, günstigste und stabilste Scheißzeug, was du dir kaufen kannst. Brichst du davon mit zwei Füßen, dass du links und rechts oder von hinten zwei Klemmen halt hast, die da dran gehen? Ja. Oder wie? Genau. Und dann kannst du da oben alles hinführen, du kannst da Arme ranbauen, das kannst du so modulieren, da kannst du deine Kamera mit rantackern, noch eine Kamera hier, Licht da, das geht da alles dran. Das ist einfach nur geil. Als ich das entdeckt habe, Alex, da ist innerlich mein Monk, der war schon bei Praktika und wollte die 20% komplett auf den Kopf kloppen. Das ist ohne Scheiß, Leute. Wenn ihr irgendwas nicht findet, was ihr irgendwo befestigen wollt, hallo Profile. Das kriege ich gerade aus meinem Chat noch. Das sind zwei 80 Zentimeter Höhe Monitorständer, an denen eine Traverse mit Arm verbinden ist und fest. Es gibt diese Monitorhalter, die einfach nur quasi eine Stange sind, die am Tisch angeschraubt sind. Das sieht man auf der linken Seite ganz gut, die gehen nach oben. Und dann geht quasi so ein so ein Arm weg. Und die beiden miteinander zu verbinden, das ist ja dann wieder so ein Traversensystem. Das ist auch Fifat, aber sowas von. Das ist richtig gut. Also das ist wirklich super clever. Wenn einem das jetzt nicht unbedingt stört, optisch, ist das einfach mega geil. Ja, weil das ist wirklich super stabil. Das ist ein Riesenproblem, wenn man Sachen fest anbringen will. Und es gibt dann auch so diese Billo-Kameralösungen irgendwie und die sind, viele davon taugen nichts. Also viele davon taugen nichts. Die wackeln dann halt auch wie so ein Lämmerschwanz. Und wie schon gesagt, alleine für diesen Info-Holder, den ich hab für meine Kamera, der kostet 100 Euro. Ein scheiß Ständer, Kappa. Für 100 Euro kannst du ja aus Aluprofilen schon fast ein Haus bauen. Ey, ohne Witz, Alex, jetzt wirklich, lass das ein gut gemeinter Rat sein. Ja. Setz dich damit mal wirklich auseinander. Also für alle Leute da draußen, das meine ich wirklich jetzt ernst. Guck mal danach, das ist mega günstig. Und du kannst da alles ranzimmern. Du kannst dir da jede Halterung draus bauen. Du kannst da meinetwegen 50 Monitore ranzimmern. Das steht wieder eins. Weißt du, wer vor ein paar Monaten erst drei neue Monitorhalter hier integriert hat? Du. Weil er, ja. Ja, ich auch. Aber meine Monitorhalter waren nicht teuer. Die haben irgendwie pro Stück knapp 50 Euro plus gekostet. Also knapp über 50 Euro gekostet. Schön schwarz, stylisch, sehen gut aus, stabil, wackeln nicht. Also auch schöne Lösung. Aber Aurofilm, schönes Ding. Find ich gut. Find ich echt witzig. Also so ist man halt out of the box, in Anführungszeichen. Obwohl es das eigentlich nicht ist. Eigentlich ist es nur so, ich hab zwei Monitore miteinander verbunden. Find ich gut. Was mich triggern würde, wäre halt hier die Beleuchtung. Bin ich ganz ehrlich. Das kommt wahrscheinlich auf der Kamera jetzt stärker rüber, als es am Ende des Tages ist. Ja, eben. Okay. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Es ist schon acht. Sollen wir jetzt hier noch ein, zwei machen und dann... Ja, ah, 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 ah. Okay, pass auf. Dann vergrößern wir den jetzt echt nicht. So, Setup von Nitro sieht von allen, die wir bisher gesehen haben, am cleansten aus. Im Hintergrund noch eine Gitarre, ja. Ist auch ein Steher. Auch ein hoher Tisch, ja. Ein Stehtisch, in Anführungszeichen. Und ist ein Zuschauer von dir? Nitro, ja. Kann ich dir jetzt schon sagen, weil er, seine Webcam ist ein Handy. Zuschauer von dir. Wird von meinen Zuschauern keiner machen. Okay, Nitro, enttäusch mich nicht. Bitte enttäusch mich nicht. Das ist richtig. Nitro ist bei mir anwesend, ja. Yes. Und auch, ich hab mehrere Nitro. Yes. Wollte ich gerade sagen, ich bin da nie so ganz sicher. Oh. Aber auch hier, aber auch hier das Ding, pass mal auf. Nitro, guckst du Ranzratte? Schreibst du mir in den Chat? Weil, ja, ich verrate noch nicht warum. Also das hier ist eins der cleansten Setups, die wir gerade gesehen haben. Keine Werkstatt, kein Elektroniker oder irgendwie sowas in der Richtung, ne? Oder sowas. Ja. Okay, weißt du warum? Er hat hier diese Monitorbeleuchtung, diese Monitorleuchte von oben. Dafür hat Ranzratte, glaube ich, mal ein ganzes Video gemacht. Unter dem Teil, ne? Das ist halt gerade, wenn es dunkel ist und du hast keine zusätzlichen Lichtquellen, ist das, ich hab selber keins, soll das wohl auch sehr, ja, sehr gut aussehen. Auch hier wieder Hochkorn-Setup, auch hier wieder, und das finde ich jetzt ein bisschen komisch, der komplette rechte Monitor verdeckt quasi das Fenster von dem PC. Ja, weißt du auch, warum der da steht? Wegen der Kabellängen vielleicht? Richtig, weil der ein Dings hat, ein Schreibtisch, der hoch und runter fährt und somit ist es einfacher gelöst, weil du theoretisch nur ein Stromkabel runterziehen musst und kannst dann hoch und runter fahren. Ja. Was mich ein bisschen triggert bei der ganzen Geschichte, ist die Steckerleiste auf der linken Seite, dass die so präsent ist. Also das wäre jetzt so ein bisschen Schnörgelei, weißt du, so von wegen, so, ja, warum die nicht, warum nicht da drunter geschraubt? Darin erkennt man übrigens dann auch meine Zuschauer, dass er nicht zu mir gehört, weil bei mir wäre es unter dem Tisch gewesen. Danke. Sorry, Nitro. Ist nur Spaß. Bei mir wird das keiner machen, glaube ich. Nitro, kurze Frage, das HTC Handy, das ist ja schon ein älteres, nehme ich mal an. Das ist nicht dein Daily Driver, das ist nicht dein Handy, mit dem du so die ganze Zeit unterwegs bist, right? Ich mache die jeden Tag aus, bequemer. Ja, natürlich machst du die hinterher aus, alleine weil, egal wie viele Vorschriften es gibt, wie viel Strom sozusagen im Standby oder im ausgeschalteten Zustand fließen darf, guckt euch mal an, wie viel Strom so ein Computer noch verbraucht oder so ein Setup, wenn das aus ist. Okay, ja, das ist ein altes Handy, dauerhaft, ja. Ich glaube auch, dass so ein altes Handy, wenn man das noch hat, eine bessere Bildqualität bringt als irgendeine günstige USB-Webcam. Oder auch eine C29. Fakt. Ja. Schön. Ja, okay. Wir haben mehr Bilder, wir haben ein bisschen mehr, nochmal Tastatur, schöne Tastatur, by the way. Dann, was ich selber nie hatte, hier so Speaker vorne drin, also wie so eine kleine Soundbar unter den Monitoren, besser als die, die in den Monitoren drin sind, aber können wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht so ein großes System wird, das ist von Trust jetzt hier, können wahrscheinlich mit so einem großen System noch nicht mithalten, aber braucht man halt nicht, ne? Ich finde das MacBook. Und sehr selten. Ja. Auch das Cover? Nee. Nee, das nicht. Das finde ich wieder sehr gut. Das ist nicht so mein, Jim. Ist okay. So, hier nochmal das Stream Deck hatten wir gar nicht erwähnt, dann eine Wireless-Mouse mit dran. Ja, ist clean relativ, ne? Klar, man könnte jetzt die Kabel besser verstecken und so einen Scheiß, aber wer bin ich der, der das sagen könnte, weißt du? Hat Logitech eine neue Mausauflage von der rausgebracht oder wer hat die gecovert? Du meinst das Mauspad? Nee, ich mein die Maus. Die Maus muss eine Neuauflage sein. Die hat, äh, das ist die einzige vernünftige, vernünftige in Anführungsstrichen, die sechs Tasten an der Seite hat. Mhm. Die kenne ich nicht, mit den, mit den, da bin ich raus, da bin ich komplett raus. Die ist auch so undercover, diese Maus. Also wirklich, die ist so undercover, die findest du nicht. Also ich, also was heißt, die findest du nicht? Da suchst du ultra lange danach. Und ich hab meine extra noch nicht weggeschmissen, auch wenn ich Corsier liebe, aber es gibt keine Maus. Ich bettel da schon die ganze Zeit. Ich möchte eine Maus mit sechs Daumentasten haben. Okay. Zwölf sind zu viel und sechst ist Optimum. Kann man ganz gut erfüllen. Ähm, G604 soll das sein. Genau. Und dann 602 ist die Vorgänger. Okay, vor allem. Letzte, letzte Version noch Kabelmanagement von, von, von der Unterseite. Hier sieht man wiederum die, äh, eine Steckdosenleiste, die von unten dranhängt, plus einen Fritzbox-Repeater. Wenn ich so wenig Steckdosenleisten hätte, ne? Ja, du, du bist ja nicht der Maßstab. Ich bitte dich. Boah. Wenn ich so wenig hätte, ich wäre so happy. Und das sieht, also es sieht wirklich schön aus. Hat der, also da steckt Liebe drin. Das finde ich gut, Naito. Also dir, dein Schreibtisch ist dir was wert. Ich erkenne auch direkt den OnePlus-User, wenn ich, wenn ich, also ich bin mir ziemlich sicher, weil, weil das ist so dieser typische, äh, der typische, das typische Netzteil plus das rote Kabel. Das ist so OnePlus. Ja, kann ja auch ein altes sein und der hat das irgendwie da. Kannst du bei Sascha übrigens auch irgendwann mal sehen? Also bei Igay? Weil der hat nämlich meins und das kriege ich auch nicht wieder. Plus hier ist noch so eine, ähm, hier ist noch so eine einschaltbare Steckerliste. Was, was schaltest du mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit dieser Funk-Steckdose ein und aus? Ich würde sagen Licht. Und das ist das Licht, was oben über dem Monitor ist. Könnte sein. Könnte sein. Aber ich glaube, das ist auch das letzte Bild, das wir uns heute angucken, ne? Weil Zeitmanagement und so. Ja, komm, du bist ein bisschen zu spät gekommen. Eins machen wir danach noch. Okay, okay, okay. Ist das ein Deal? Das ist die Tischlappe ganz oben, äh, vor dem rechten Poster. Achso, das ist ja der Deckenfluter sozusagen hier. Verstehe. Also, hast du es eilig, Alex? Dann machen wir jetzt weiter. Nein, 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 nein. Okay, okay, ich will dir das nicht aufdrücken. Nein, nein, ich mach gleich noch zwei Stunden. Echt? Ja, klar. Frech, Dachs. So, nächste. Also, Nitro finde ich gut. Das ist bisher das cleanste. Also, No Hate gegen den anderen gegenüber, ne? Ich will jetzt hier wieder eben, also, wenn man mich verstört, dann sage ich das. Wow. Meißel, auch jemand von mir. Oh Gott, hier gibt es sogar ein Google-Spreadsheet dazu. Also, ganz ehrlich. Klick mal bitte auf das Google-Spreadsheet. Okay. Okay, wir haben als Mainboard ein Asus Rockstrix X570F. Als Grafiker hatte ich die 3080, und zwar eine MSI Gaming X Trio, Corsair Arbeitsspeicher, Ryzen 9 5900, wir haben eine Crucial P1 1TB, eine Scan-Disk Extreme Pro, M.2 NVMe mit 500 GB, eine Rocket-Maus, eine Rocket-Tastatur, die schöne Walken 122, by the way. Darf ich kurz mal reingrätschen? Ja, bitte. Also, Meißel, ich glaube, du bist ja auch hier ab und zu mal, ne? Das ist echt, also wirklich, muss ich dir sagen, ein enttäuschender Flex von dir. Ehrlich. Also, das solltest du von mir besser kennen. Also, das ist, ganz ehrlich, das ist nicht annehmbar. Wie sieht denn das Sheet bitte aus? Ich finde das super. Ich finde es auch toll, aber da könnte man ein bisschen mehr Liebe reinstecken, wenn man schon auffahren möchte. Ich finde es super. So, aber nur ein Bild hier drin und die anderen mit dabei. Also, erstens, das erste, was mir aufgefallen ist, ist eins der Bilder, die ich auch im Vorabschauen gesehen hatte. Da müssen wir direkt wieder reinzoomen. Diese Steckdoseleiste. Die Steckerleiste. Die kennen wir, glaube ich, beide. Ja. Du mittlerweile nicht mehr, glaube ich. Doch. Bei mir ist mittlerweile ein Schalter so nicht ganz in Ordnung. Den muss ich mal, also die Steckdose, diese Leiste, also den muss ich mal auswechseln oder anders gesagt nicht mehr benutzen. Panzertapen oder so. I don't know. Die Steckdoseleiste ist auch einfach 10 von 10. Ich finde die nach wie vor gut. Ich schalte damit meinen DBX ein und aus, weil der hat nämlich keinen Ein- und Ausschalter. Mein Mischpult, damit ich nicht dahinter langen muss. Und mein, äh, ja, das andere. Ach so, hier, die Audio-Converter werden dann mit ein- und ausgeschaltet. Alle, natürlich. Mit ein- und ausgeschaltet. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Die Ibiza-Steckdose. Das ist wirklich die Ibiza-Steckdose. Gibt's aber eine geilere mit größerer Sicherung davor. Die brauchte ich irgendwann mal. Ja, hab ich bei dir schon gesehen. Finde ich auch sehr gut. Das Einzige, was mich bei dem Bild hier automatisch triggert und das ist nicht böse gemeint, ist aber, wenn man auf den Computer guckt, sieht man hinten diesen ganzen Kabelsalat rausgucken. Und ja, das ist bei mir 10 um Faktor 20 schlimmer. Ich wollte gerade sagen, also... Ja, ich meine, das ist ein Kabelbinder, aber ich kann dir sagen, das willst du auch irgendwann nicht mehr machen. Ist das die Sony 5100 in Weiß? 5100 in Weiß, ja. Die gab's in mehreren Editionen, ja. Die gab's in verschiedenen Farben und oft war die schwarze teurer als die anderen Farben. Gerade so diese... Es gab, glaube ich, auch eine braune, meine ich. Ja, genau. Und die gab's manchmal irgendwie nochmal 20, 30, 40 Euro günstiger. Ich sehe Avermedia Capture-Karten verbaut. Hab ich gesehen auf dem Dings des Avermedia Live-Central. Avermedia, genau. Schon gespottet. X-Split sehe ich auch. Ist das X-Split? X-Split ist sowieso total underrated. Ich hab damit jahrelang gestreamt. Man muss, also, ne, man kommt ja an die Lizenz auch günstiger dran, da muss man jetzt nicht, also, wenn einem das zu teuer ist, find das nach wie vor super. OBS hat da natürlich die Nase dann irgendwann vorn gehabt, ganz klar, muss man auch anerkennen. Auch durch die ganzen Plugins, die das dann halt irgendwie können. Aber X-Split finde ich super. Ein GoXLR-Mischpult. Dann, was ich jetzt ein bisschen komisch finde, ist die Rocket Vulcan jetzt hier in weiß. Also die weiße Tastatur auf einem komplett dunklen Setup, finde ich strange. Vielleicht hat auch eine weiße Maus. Gehe ich stark von aus, damit das so ein bisschen Eye-Catcher ist. Ich finde diese, die Halterung, also die Monitor-Halterung, die umgebaut wurden zu einer Halterung für Elgato Keylights, finde ich schön. Die Keylight R vor allen Dingen, die kleineren, ja. Ja, es ist schön. Also, Meißel hat schön reingegettot, ich nenne das ja mal reingegettot, finde ich schön. Hat er gut gemacht, sieht auch sehr schön aus. Und jetzt mal drauf geschissen, dass die Kabel da hinten so sind. Das ist, wie es ist. Das ist eine schöne, saubere Ecke. Absolut, ja. Ja. Auch außen, die beiden Monitore sind ident, also, damit da nicht immer irgendjemand getriggert ist von irgendwoher, ist das auch schön. Ja, das ist wichtig. Ja. Ja. Also, ja. Stimmt schon. Aber, ich muss leider sagen, Punktabzug in der A-Note, hier ist ein RGB-Aufkleber auf dem In-Win-Gehäuse vorne, ja. Das geht so nicht. Ich weiß, dass das ein Aufkleber ist, weil den hatte ich auf meinem In-Win-Gehäuse auch. Mhm. Okay, ja. Ja. Mach einfach ein Stück Gaffer drüber. Kann man abmachen, das ist ein Folienaufkleber. Ach so, mach trotzdem Gaffer drüber. Also, was mir bei dir auch aufgefallen ist, als du dein Setup umgebaut hast, hat man ja auch sehr viel von deinem Pyramidenschaumstoff an der Wand gesehen und sowas, ne. Ich sehe jetzt hier auf dem Bild, dass da manchmal so Lichtblitzer durchgucken, bei manchen nicht, bei manchen schon und so weiter. Und ich weiß selber, wie schwer das ist, solche Sachen sauber zu kleben. Und ich bin da auch nicht der Beste drin oder sowas, ne. Aber das fällt einem auf. Ja, pass mal auf, lieber Alex. Ähm, ich erkläre dir jetzt hier mal eine Sache, ne. I don't give a fuck. Ich wohne hier drinnen, nicht du. Wenn dich das, also wirklich jetzt, an alle Menschen da draußen, wenn sowas euch triggert, dann müsst ihr das den anderen Menschen nicht sagen. Weil den anderen Menschen, wenn sie es nicht beheben, denen ist das sowas von dermaßen, ist scheißegal, ob du das so findest oder nicht. Das ist unhöflich, by the way. Hast du das, Rick and Morty? Ja, aber, Entschuldigung, natürlich musst du das benennen, wenn wir hier so in Anführungszeichen haben. Alex, ich weiß. Aber am Ende des Tages ist es halt wirklich scheißegal, ob es da schräg ist. Das Ding ist halt, du kannst das so viel kleben, wie du willst, weil irgendwann ist es in deinem Zimmer mal ganz kurz so warm, dass sich etwas löst und dann rutscht es wieder auseinander. Weil das Ding hier wurde akribisch genau so hingeklebt und irgendwann sagst du dir, ach komm, einfach mit der Hand dran gepatscht und fertig ist. Schluss, aus, Ende. Es ist uns bei deinem Umbau-Stream, ihr habt wirklich zwei Tage bei deinem Setup rumgeschraubt. Ja. Da sind solche Sachen halt aufgefallen. Also da guckst du mal rein, dann zwei Stunden später und gefühlt hat sich nicht viel verändert, weil ihr euch ja sehr viel Mühe und Detailarbeit gegeben habt. Fand ich richtig krass. Aber dann fallen halt so Sachen auf, weil die Kamera ein bisschen näher dran ist. Aber letzte Sache noch zu dem Setup hier. Ist dir das Rick-and-Morty-Theme aufgefallen oder zumindest die Figur? Ja, ist mir ins Auge gesprungen. Ich möchte das jetzt nicht noch größer machen, weil wir wissen ja, was dann passiert. Aber dieses In-Win-Gehäuse ist eigentlich total gut vom Airflow durchdacht. Unten wird Luft sozusagen reingedrückt von unten und das ist darauf ausgelegt, dass du hier so einen 360er-Radiator quasi aufbringst, der dann quasi Luft, natürlich die in Anführungszeichen warme Luft aus dem Gehäuse dann wieder nach hinten durchsaugt. Also ich habe nie Probleme mit Temperaturen in diesem Gehäuse gehabt. Das ist super. Und das ist ein bisschen Show, ne? Computer sind generell Show heute. Absolut. Also. Ich gehe in meine Main-Szene und schaue vertrauensvoll zu Dizzy rüber. Ja, ähm, also da gibt es ja nicht viel so zu sagen. Das ist schön. Also es sieht cool aus. Also ich gucke mir das halt immer alles super gerne an, aber ich habe da immer nichts großartig zu bewerten. Oder, also, weißt du, wie ich meine? Ich habe mir das irgendwann abgewöhnt, weil jeder baut halt so sein Zeug zusammen. Der eine, den einen stört das. Jeder hat ja auch so andere Präferenzen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ich aus diesem Winkel nach da drüben jetzt beispielsweise gucke und ich sehe, wie die Kabel da dran sind, dann geht mir der innerliche Monk halt hoch. Andere Leute sagen sich, ach scheiße, schmeiß den Kack hinter den Tisch. Und so hat ja jeder, jeder seinen Anspruch. Und so baut ja jeder auch sein, sein Zeug zusammen. Aber es ist trotzdem immer schön, sich nochmal so, äh, Impressionen zu holen und, äh, sich das mal anzusehen, wie andere Leute so das machen. Weil, also jetzt mal aus dem Vergleich von Alex und mir, wir sind ja schon, wir haben schon sehr extrem Fetisch und dadurch, dass wir das jeden Tag übertragen, sieht es bei uns halt im Arbeitsbereich aus wie geleckt, möchte ich sagen. Außer jetzt mal die Kabel bei Alex. Wobei, bei mir, ja, bei mir auch, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Also ich kann es nicht mehr ordentlich machen. Es geht nicht. Und ich habe es aufgegeben und gesagt, ach, komm, fick die Henne. Und, ähm, da ist es halt immer super interessant für einen, also ich sage mal, man erkennt hier zum Beispiel auch immer sehr stark, wer streamt und nicht streamt. Also das sieht man, sieht man auf den Bildern. Weil zum Beispiel, also wir haben jetzt, glaube ich, alle so gesehen, die irgendwo ein bisschen was gestreamt haben. Entweder hast du immer so diesen super clean Office-Typ mit einem MacBook auf dem Tisch. Oder du hast einen Streamer. Oder du hast den ganz normalen Dude, der einfach sagt, ey, wisst ihr was, leck mich am Arsch, Alter. Ich sitze einfach nur im Computer. Da stehen dann drei Kaffeetassen rum, Zigaretten, Aschenbecher und den ganzen Shit, was jeder machen kann, was für mich vollkommen fein ist und ich das auch nachvollziehen kann. Und dann hast du halt die Streamer-PCs. Und ich gucke mir das halt immer gerne an, um Ideen mir zu holen. Wie mit dem Daddl-Junkie-Y-Kabel. Wäre ich nie drauf gekommen. Fünfe. Ich wäre nie auf Y-Kabel gekommen. Nie. Oder so eine Traverse zu bauen. Wäre ich nie drauf gekommen. Also wirklich. Weil das, manche Lösungen sind so einfach, dass man da gar nicht dran denkt. Und denn, ich weiß nicht, so Abende, Alex, du vielleicht auch, Stunden sitzt du im Internet und googelst, ob du in irgendeinem Scheißladen das dreckige Teil findest, was du gerade brauchst. Und es gibt eine viel einfachere Lösung dafür. Ich gebe dir ein Beispiel. Für eine GoPro, eine Abdeckklappe für den Zugang zu dem USB-Port gibt und quasi ein Loch hat sozusagen, wo man das durchstecken kann und nicht komplett geschlossen ist. Bei der 7er oder bei der 8er oder sowas war es. Gibt es. Ja, gibt es. Und es kostet auch nicht die Welt. Aber in Deutschland schon. Da bezahlt man dann sofort wieder 15 Euro dafür oder so. Aber ich brauche es halt sowieso nicht. Es ist nur ein Beispiel. Ja. Stimmt schon. Ja, wir haben doch ein bisschen überzogen, aber das ist ganz okay. Knapp über zwei Stunden. Haben wir überzogen, oder? Ja, ein bisschen. Ich habe ja eine Aufnahme hier laufen. Wir haben uns heute über ein, wie nennt man das, Fantasy-Hardware-Experiment Gedanken gemacht, ob man mit 5000 Euro Budget ein Stream-Setup aufbauen kann, das sich nicht verstecken muss, bei dem man wirklich was Gutes raushauen kann. und ich habe gewonnen. Das würde ich aber niemals raushängen lassen. Ja. Gut. Du hast gewonnen. Ja. Hast du. Gut. Ihr könnt uns gerne weiter Setups schicken. Das wolltest du jetzt hören, oder was? Wer weiß. Ich wollte nur sagen, ihr könnt uns gerne weiter Setups schicken mit dem Hashtag Hardcast Setup. Einfach auf Twitter, dann schauen wir dann beim nächsten Mal wieder rein, dass wir das vielleicht so als festen Stand immer mal, oder eine ganze Folge machen, oder mal nur die letzte halbe Stunde oder sowas machen. Ich finde, über Hardware kann man echt viel sprechen, und es gibt so viel tolles Zeug da draußen, was nicht so komplett einfach nur gekauft und von der Stange irgendwie so ist, wie wir jetzt gerade gesehen haben, so Kleinigkeiten. Die bringen mir persönlich echt viel. Da kommt man wieder auf neue Ideen und so. Und ich finde es schön, darüber zu reden, ein bisschen auszutauschen und auch mal zu sagen, so ja, auf das Y-Kabel wäre ich nicht gekommen, oder das ist nur die Idee, was du vorhin sagst mit den Traversen oder sowas. Ich finde das super, super spannend. Ich baue es garantiert jetzt hier nicht die nächste Zeit auf, aber wenn ich das nächste Mal was mache, dann weiß ich, wenn ich frage. Sehr, sehr, sehr gut. So, ich meine Teil. Alex, bevor du gehst, was hast du monatlich für Kosten Strom? Abschlag, was war das jetzt, 70 Euro? Oh, ich muss auch mal gucken, es ist gerade ein bisschen hochgegangen. Ich sage jetzt mal 80 Euro. Okay, gut. Du zahlst? 140 Euro. Okay. Alleine. Ja, ja, bei mir auch alleine. Beim Strom anmelden kommt immer die Frage, sind sie fett oder eine vierköpfige Familie? Ich muss leider immer vierköpfige Familie ankreuzen. Gut, weil das jemand im Chat gefragt hatte. Ja, also das Thema mit dem Strom ist, wenn man sich ein bisschen, also man muss ja nicht, man muss ja nicht mal wirklich einschränken oder sowas, aber auch in der Zeit mit dem Stream-PC, also wenn der PC jetzt nicht 24-7 durchläuft und mit allen Monitoren und immer alles beleuchtet und so weiter so, dann ist das zwar ein Faktor, aber das ist jetzt nicht so wie eine kleine Server-Farm, die die ganze Zeit irgendwie da, keine Ahnung, 500, 600 Watt aus der Steckdose nuckelt. Ja. Das weiß ich nicht, ich kenne das noch von frühester Kindheit zu verfolgen, mach die Computer aus, du wirst die Haare vom Kopf und so, ja, das muss man berücksichtigen und ja, bester Tipp dafür, im Baumarkt oder wo auch immer, Amazon gibt es für 10 Euro solche Zwischenstecker zum Gucken, wie viel Watt liegt da an, die sind nicht so genau wie die vom Elektriker, keine Frage, aber reichen halt aus, um so einen wirklich guten Richtwert zu kriegen. Da kann man ab und zu mal, wenn man mal umzieht oder wenn man mal renoviert oder sowas, mal so ein paar Stromfresser austauschen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, hey, du siehst jetzt hier, dass dein, keine Ahnung, dein Kühlschrank ist nicht von der aktuellsten Generation, dann haust du den sofort weg, das ist Verschwendung, das macht man nicht, aber zwischendurch mal zu sehen, oh, der zieht ja im, im ausgeschalteten Zustand immer noch seine 40 Watt, ja, Steckdosenleister dazwischen ausschalten, das macht sich schon bemerkbar im Jahr. Ja, definitiv. Definitiv. Nächste Woche Video oder was? Nächste Woche Video, ein bisschen Audio antatschen, aber, ja, Audio willst du auch gleich mit antatschen? Nein, 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 aber das kommt dann ja auch automatisch mit dabei. Bei Video, bist du, glaube ich, viel mehr drin als ich. Nö, glaube ich nicht. Also, ohne jetzt da zu weit auszuholen, aber wir werden wahrscheinlich über so die typischen USB- und HDMI-Geräte sprechen, dann die Übertragungstechniken wie, wie, wie NDI und Capture-Karten, was es da so gibt, so in der Richtung. Ja, würde ich schon so anschneiden, ja. Okay, cool. Und, wie man, also, mein Lieblingsthema ist immer, äh, Jim, äh, wie viele PCs möchten Sie? Die Antwort lautet, ja, wie kann ich die alle verbinden? Das ist immer mein Lieblingsthema. Ja, das stimmt. Das ist früher hier mal. Oder, äh, meine Lieblingsfrage ist auch, warum in jedem Raum ein PC? Und die Antwort darauf ist, ja. weil es geht. Richtig. Also, solche Fragen könnt ihr nächste Woche stellen. Ich glaube, da werden wir uns dem Ganzen mal so ein bisschen auseinandersetzen. Und, äh, da freue ich mich drauf. Jim, ich möchte nochmal, äh, meinen Hut vor dir ziehen. Das war wirklich, äh, eine sehr starke Leistung, die du heute abgeliefert hast. also wirklich jetzt, die 5000-Euro-Challenge gehen hundertprozentig an dich. Nächstes Mal mache ich dich fertig und dann, äh, werde ich alle Regeln brechen. Ja, gut. Es hat, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich überlasse das letzte Wort dem Geschlagenen. Ich, äh, nehme diesen Titel an, ja, ähm, Rechnung kommt und, äh, nächste Woche geht's weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich fand's cool. Und da hat, haben sich die paar Stunden, äh, gestern dann doch nochmal gelohnt. Dankeschön, macht's gut. Herr Nils, machen Sie's besser und, ähm, letzte Worte gehören dir. Äh, vielen Dank fürs Einschalten, sowohl, äh, bei Alex als auch hier. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß, ähm, und habt vielleicht wieder ein bisschen was gelernt, euch ein paar Ideen geholt und freut euch auf die nächste Folge, denn nächste Woche Mittwoch, äh, sind der gute Alex und ich wieder ab 18 Uhr auf unseren Kanälen zu finden mit dem Thema Videoübertragung und wie viele PCs wollen sie in ihrem Streaming-Setup haben. Äh, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, drüben bei Alex noch in den nächsten zwei Stunden und, äh, bei mir nach dem, äh, Hardcast auch. Dankeschön, Alex, für deine Zeit heute. Vielen Dank, dass du dich auch, äh, so ausgiebig und, äh, ausführlich vorbereitet hast heute. Und, äh, bis nächste Woche, ihr wunderschönen Menschen. Und an alle Leute, die das bei YouTube gesehen haben, Küsschen an euch auch noch da draußen. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020